Hallo und herzlich willkommen zu AHA, dem Podcast für alle Neugierigen und die, die es bleiben wollen. Heute ist der Dienstag, der 31. Juli 2018 und neben mir sitzt wie immer der Marco. Hallo und ich bin der Bömi. Marco, ich habe die letzte Woche oder in der letzten Ausgabe erklärt, wie die Sonne funktioniert. Richtig, richtig. Im Moment funktioniert sie sehr, sehr gut. Sie funktioniert verdammt gut. Wir schwitzen ohne Ende. Es hat heute irgendwie, weiß nicht, im Büro hatten wir 33 Grad. Und es wird noch heißer. Juhu. Wir haben uns jetzt hier in eine kühlere Gefilde zurückgezogen in unsere Podcast-Höhle. Geschlossenes Fenster und wir hoffen, dass wir jetzt nicht an Sauerstoffmangel sterben. Wir werden es versuchen. Genau. Marco, was weißt du denn noch von der letzten Episode? Wie funktioniert denn die Sonne? Ja, sagen wir mal, ich habe behalten, dass am Ende unsere Sonne ein schwarzer Kohlenstoffklumpen sein wird. Dann habe ich nochmal nachgeguckt. Das liegt übrigens an den Sonnenmassen. Also eine Sonnenmasse, die unsere Sonne hat, reicht ja nicht aus. Also du brauchst ein Vielfaches davon, um ein schwarzes Loch zu produzieren am Ende. Also das ist quasi für die ganz großen Sterne im Universum. Ganz genau. Das habe ich behalten. Sehr gut. Was wollte ich denn wissen? Ja, und am Ende hast du mich vor die Mammutaufgabe gestellt, indem du wissen wolltest, wie denn eine Filmproduktion funktioniert. Ja, und ich habe mich dann hingesetzt. Also wie du weißt, ist es ja durchaus ein Steckenpferd von mir, also mich mit Filmproduktionen zu beschäftigen. Also schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich. Aber trotzdem war es echt eine Herausforderung, das in geordnete Bahnen zu lenken und daraus so eine Art Abriss dessen, wie denn halt in Filmen steht. Ja, da bin ich gespannt. Gut. Vom groben Ablauf her wird es so sein, dass wir uns von der Vorproduktion, also dass die, wie sagt man denn, die Produktion eines Filmes, sobald ich sage, ist eigentlich in drei Phasen unterteilt. Ja, und zwar einmal gibt es die Vorproduktion, ja, im Englischen als Pre-Production betitelt. Da gibt es halt einiges, das da so stattfindet typischerweise. Ja, du scrollst und scrollst. Ja, 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 ja. Ich versuche jetzt nur gerade, ja, ist egal. Ich finde jetzt die Gliederungspunkte nicht, aber ich weiß es auswendig. Die zweite Phase sind die Dreharbeiten, natürlich. Das wird im Englischen auch als Principal Photography bezeichnet. Und dann gibt es noch die dritte Phase, nämlich die Post-Production. Und wenn man so will, also die Nachproduktion und wenn man so will, auch noch ein viertes Element, nämlich das Marketing. Und genau in der Reihenfolge werden wir uns das jetzt angucken. Ich freue mich. Ja. Also, was steht natürlich am Anfang eines jeden Films? Eine Idee. Eine Idee. Genau. Und spannend ist ja schon mal zu wissen, wo kann denn so eine Idee überhaupt herkommen? Jetzt würde man natürlich erwarten, naja, ein Drehbuchautor schreibt ein Drehbuch, das findet irgendjemand toll und es wird verfilmt. Das ist tatsächlich selten der Fall. Es ist so, also dieses, dass ein Drehbuchautor quasi ein Drehbuch auf Gut Glück schreibt, das nennt man im Englischen on spec, on speculation, also spekulativ irgendwo schreibt. Das passiert zwar ständig, aber das sind ja nicht nur eine Handvoll Autoren, die sich da versuchen, hin zum Kunstschreibt Drehbücher, schickt ihr an die Studios und wenn du Glück hast, landet es bei einem festangestellten Leser der Studios, einem sogenannten Reader, der sich diese Drehbücher halt durchliest, die arme Wurst. Und wenn er glaubt, quasi einen Goldschatz gefunden zu haben, sich dann an einen Produzenten wendet, der sich das halt angucken, das Potenzial dann einschätzt. Aber der Großteil, also und es dauert dann natürlich auch, weil ich glaube, Drehbuchautoren sind da gar nicht so bekannt jetzt unter den normalen Filmgängern. Also ich und du wahrscheinlich auch. Also wir haben schon ein bisschen ein Auge auf die Drehbuchautoren, aber so, dass die tatsächlich einen großen Namen haben und man sich um ihre Drehbücher reißt. Das ist ein verschwindend geringer Anteil im Vergleich zu dem, was tatsächlich, wie ein Film tatsächlich entsteht, nämlich meistens, dass halt ein Produzent eine Idee hat, die ihm zufliegt. Das kann ein Ereignis aus der realen Welt sein, eine Nachrichtenmeldung. Das kann natürlich ein Buch sein, dessen Recht der Mann sich sichert. Und meistens ist es so, dass der Produzent dann das Drehbuch quasi erstmal in Auftrag gibt. Also quasi die andere Richtung eigentlich. Genau, das heißt, der Drehbuchautor eigentlich eher so der Auftragsarbeiter ist. Kommen wir auch später nochmal zu, gibt es auch noch Varianten davon. Ich glaube auch, dass es bei Serien wesentlich mehr bekannte Schreiber gibt als bei Filmen. Ja, da, weil halt, ich sag mal, der Umfang, also meistens, es nimmt zu. Früher war das auch nicht so. Es gibt halt die Schöpfer, die die Grundidee liefern und dann halt Autoren, die immer wieder dran schreiben. Neuerdings gibt es ja immer diese Anthologie und Miniserien, wo halt aus einem Guss von einem Autor geschrieben wurden. Ja, für Autoren ist es darüber hinaus sogar gefährlich, wenn sie ihr Drehbuch einfach so jemandem anbieten. Wenn sie nicht Mitglied der sogenannten Writers Guild sind, also der Vereinigung von Autoren und es dort hinterlegt und registriert haben, weil der Ideenklau in Hollywood durchaus gang und gäbe ist. Ja, also da gibt es berühmte Fälle, wo halt Drehbuchautoren über den Tisch gezogen wurden, weil sie halt irgendwo mal eine Idee ausgeplappert haben und irgendwie, was weiß ich, ein halbes Jahr später wurde dann plötzlich ein Film daraus. Komisch. Ohne ihre Beteiligung. Genau. Und jetzt hast du bestimmt schon mal in dieser Vorproduktionsphase, also ein Verantwortlicher, eine Person ist ja schon gefallen oder zwei eigentlich, Drehbuchautor und Produzent. Und der Produzent spielt tatsächlich eine gewichtige Rolle in der Vorproduktionsphase. Und was du bestimmt auch schon mal gehört hast, ist dieser Begriff grünes Licht. Ja, also eine Produktion hat grünes Licht. Tatsächlich gibt es aber kein grünes Licht. Also grünes Licht heißt alles und nix in Hollywood. Filme können vom ersten Jahr finden wir gut, bis zum Kino durchgewunken werden, ohne Reibung produziert werden, bis hin zu Schauspieler sind schon am Set und nee, machen wir doch nicht, weil kreative Differenzen, Schauspieler wird krank, Projekt verschwindet in der Versenkung. Also das erste grüne Licht, das das Studio quasi einem Produzenten für seine Idee gibt, ist signalisiert eigentlich zunächst nur, dass quasi das Projekt so den Entwicklungsprozess eines Studios hinter sich hat. Ja, das ist so ganz schwammige. Also wir würden es tun, aber gucken wir mal quasi. Genau, also das klingt ganz gut. Schau mal, wen du so an Bord holen kannst, wen du so begeistern kannst für das Projekt. Prinzipiell stehen wir erstmal hinter dir. Das heißt, der Produktionschef, also der Producer, der darf die Entwicklung des Projekts dann vorantreiben, wenn ihm das Studio grünes Licht gibt. Und da ist er erstmal autorisiert, so ungefähr so ein bisschen mehr, also schon mehr als 100.000 Dollar dafür auszugeben und so Genehmigungen für einen Drehstart, wo es dann halt um Millioneninvestitionen geht. Also da braucht es auf alle Fälle das Studio in Form des Aufsichtsratsvorsitzenden oder des obersten Managers, des Chief Executive Officers, des CEOs. Okay, also verstehe ich richtig quasi. Es gibt vor der Vorproduktion quasi noch eine Art kleine Vorproduktion, wo überhaupt erstmal geschaut wird, wer kommt denn jetzt überhaupt zum Projekt mit zu? Nee, eigentlich gehört das zur klassischen Vorproduktionsphase. Aber das geht auch schon ordentlich ins Land. Ja, ja, also das, was du, also es wird halt zum einen schon mal Geld ausgegeben, mitunter für diverse Drehbuchentwürfe. Rechte wahrscheinlich auch. Ja, Rechte, diese Drehbuchentwürfe nennt man Drafts, hast du bestimmt schon mal gehört. Es folgt, ja, also das erste Stadium ist eigentlich, dass das Studio das Skript mag und glaubt, dass sich daraus einen Film machen lässt. Und dann beginnt halt die Suche nach akzeptablen Schauspielern, einem akzeptablen Regisseur und einem akzeptablen Budget. Und dummerweise gehen die Vorstellungen darüber, was akzeptabel ist, was der Produzent für akzeptabel hält und das Studio für akzeptabel hält weit auseinander. Ja. Und das Geile ist eigentlich, also an der Stelle werden auch meistens schon vom Produzenten ein Agent oder eine Agentur quasi engagiert, die sich halt nach Schauspielern für die Hauptfiguren umsehen, ja, also Casting, ja, kommen wir aber später noch zu. Dann sucht man halt einen Regisseur und dann ist eigentlich so das zweite grüne Licht, also das etwas dunklere grüne Licht, das dann aufleuchtet, also wenn Schauspieler und Regisseur feststehen. Und erst das dritte grüne Licht signalisiert, dass eine kritische Phase erreicht ist und dann hat das Studio so viel Geld ausgegeben, dass sie den Film machen müssen. Das kann man sich jetzt natürlich fragen, wer hat diesen Begriff grünes Licht überhaupt etabliert und wieso wird er eigentlich immer noch in Hollywood verwendet, wenn er denn sowieso überhaupt gar keine Bedeutung hat, wenn das so eine weiche Angelegenheit ist. Wahrscheinlich ist es deswegen, weil es eines enormen Feingefühls bedarf, um ein Skript in einen Film zu verwandeln und zwar viel Feingefühl seitens des Produzenten. Das Problem ist, dass sich der Produzent immer in einer Zwickmühle befindet. Das heißt, er bekommt grünes Licht, wenn er Regisseurs und Stars gefunden hat. Die sagen eigentlich allerdings erst dann zu, wenn das Projekt grünes Licht hat. Und Produzenten können aber durch geschicktes Vermischen von Wunschdenken und Realität Fakten suggerieren, die längst noch keine sind. Jetzt können sie zum Beispiel zu ihrem Studio hingehen und sagen, pass mal auf, dieses ähnliches Projekt wird schon von dem und dem Studio entwickelt. Wir sollten uns beeilen. Das ist so ein typischer Trick. Oder der erfolgreiche Regisseur XY sucht genau nach sowas. Oder hey, der Star XY, der wäre doch in der Rolle von dem sowieso perfekt. Also quasi die Realität ein bisschen beugen und den eigenen Ansprüchen. Genau. Und weil es eben so ein Balanceakt ist zwischen Leute kriegen und ein grünes Licht zu kriegen. Jetzt habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass der Produzent halt eine ganz gewichtige Rolle halt schon im Vorproduktionsprozess hat. Und zuoberst, also der, der quasi so diese Idee vermarktet. Das ist eigentlich das, was man allgemein hin als ausführender Produzent, als Executive Producer kennt, auch in den Credits, der aber auch als Gesamtleiter bekannt ist. Ja, also das heißt ja, dieser Gesamtleiter, der stellt erstmal die entscheidenden Weichen, sorgt für die wesentliche Finanzierung und übergibt dann dem Produzenten die Leitung des Projekts. Also das ist da tatsächlich so. Der macht eigentlich ja erstmal nicht so wahnsinnig viel, außer halt dann das Projekt lostreten. Ja. Und alle administrativen und finanziellen Belange eines Projekts waren dann grundsätzlich immer über den Tisch eines Produzenten. Grundsätzlich. Und erst auf die Initiative des Produzenten hin stoßen dann eben Drehbuchautor und Regisseur dazu. Ich habe gesagt, Drehbuchautor ist nicht die Regel, dass der liefert und man sagt, okay, das machen wir. Auftragsarbeit dann. Genau. Und während der Regisseur quasi ein künstlerisches Konzept entwickelt, muss ein Produzent eben darauf achten, dass die genialen Ideen nicht über ein realistisches Budget hinausgehen. Wenn man hört ja so, ja, wenn man sich ein bisschen mit Hollywood und den Produktionen beschäftigt, hört man ja schon Storys, dass es Differenzen gibt zwischen Regisseuren und Produzenten eben, weil der eine halt das Geld im Sinn hat, das Budget im Auge behalten muss und der Regisseur halt Visionen hat. Ja, Visionen sind oft teuer umzusetzen. Genau. Ich erinnere dir nur an Produktionen wie von Christopher Nolan. Ja, ja. Die, wo halt echt über sind. Und also das heißt, da während halt der Regisseur schon ganz klar eine kreative Part ist, muss der Produzent einfach wahnsinnig Organisationstalent mitbringen. Ja, es ist mit Sicherheit ein interessanter Beruf, den ich mir jetzt interessanter vorstelle als vor meiner Recherche. Ich dachte, ich hatte auch immer so ein relativ schlechtes Bild von den Produzenten. Ich dachte immer, das sind so die Bösen, ja, die machen nichts, die geben nur Geld und dann, ja, aber nein, die sind tatsächlich. Aber dann ist ja im Hintergrund eigentlich drin. Genau. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, also das, mein Bild von den Produzenten, weil es früher tatsächlich viel, viel anders war. Also der Produzent war früher einfach ein Autokrat und der Regisseur war früher einfach nur so ein besserer Handlanger. Und Produzenten haben früher einfach alles bestimmt und in den gesamten kreativen Bereich reingewirkt. Und ja, deswegen gibt es heute nicht mehr die großen Produzenten so wie früher. Früher waren Produzenten tatsächlich noch Namen, ja, da die sind, also sind immer unbedeutender geworden. Ja, natürlich kennt man noch, ich weiß nicht, kannst du nur noch an Bruckheimer, Simpson, Bruckheimer, kennst du sicher noch, oder dieser, jetzt fällt mir nicht mehr ein, Silver, John Silver, der diese, ja, Lithu-Weapon und den ganzen Zeug, der produziert hat. Es gab schon ein paar so einen Namen noch, aber in der frühen Ära, also ich spreche jetzt hier von den 50er und 60er Jahren, waren es halt Halbgötter. Ja. Das ist halt auch der Grund, warum viele der Produzenten, der Regisseure den Job des Produzenten gleich mit übernehmen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, weil sie dann halt sämtliche kreative Freiheiten haben. Das sind fast keine Einschränkungen mehr dann. Muss man aber mögen. Ja, es ist doppelte Arbeit. Genau. Weil du halt dann auch wirklich auch für das Budget verantwortlich bist und für sämtliche administrativen Entscheidungen und die Arbeit halt auf niemanden abwälzen. Und nebenbei noch Film drehen. Ja. Was du sicher auch schon erlebt hast, wenn du den ein oder anderen Filmvorspann dir anguckst oder halt die Credits, dass der Begriff Producer mit allen möglichen Zusätzen eine wahre Inflation erlebt hat in den letzten Jahren. Das liegt daran, dass einfach viele Mitarbeiter, die im Entstehungsprozess beteiligt sind, aber jetzt keinen konkreten Job haben, halt Wert darauf legen, dass ihre Beteiligung im Nachspann festgehalten wird. Und weil sie eben keinen konkreten Job hatten, sondern vielleicht nur ein paar, ein bisschen Kohle beigesteuert haben oder eine Idee hatten, die ja im Drehbuch gelandet ist, gibt es da so viele. Genau. Und das heißt, da gibt es halt dann Associate und Co-Producer, die dem Produzenten dann helfen, indem sie einen Teil der Verantwortung oder der Finanzierung übernehmen. Ich dachte immer, dass wenn die die Kaffee holen. Nee. Und es kann durchaus vorkommen, dass der Produzent einem Geschäftspartner aus Freundschaft aus steuerlichen Gründen oder zur Befriedigung purer Eitelkeit die Nennung im Nachspann zugesteht. Ja, was ich ebenfalls bereits angesprochen habe, ist halt das Drehbuch. Wir haben ja schon gemerkt, okay, dieses komische, dieses verzerrte Bild, jemand liefert ein Drehbuch und Hollywood reißt sich drum, ist nicht die Regel. Und es gibt, es ist aber schon so und die Bedeutung des Drehbuchautors, Drehbuchautors wird allgemein hin ziemlich verkannt. Ich glaube, also ich weiß um seine Bedeutung. Hollywood weiß auch um die Bedeutung der Drehbuchautoren, aber ich glaube, so der normale Kinogänger, der kann da keine zwei Drehbuchautoren nennen. Das stimmt. Ja. Ich hätte jetzt auch so direkt gerade keine in petto. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich meine, mir fällt jetzt auf Anhieb ein Name ein zum Beispiel, der mir immer einfällt, wenn es ein Drehbuch ist, der Aaron Sorkin. Der Aaron Sorkin, der hat halt so was wie Dings, der kann begnadet Dialoge schreiben, hat ein paar Serien gemacht, hat auch Dings gemacht, diesen Facebook-Film. Social Network. Genau, noch ein paar mehr. Also der ist bekannt, gibt noch ein paar mehr. Charlie Kaufman, auch der Dings schreibt Drehbücher, der Avengers gemacht hat, den ersten. Joss Whedon. Joss Whedon. Also es gibt schon ein paar, wenn man sich damit beschäftigt, weiß man die. Aber man merkt, es verschwimmt auch teilweise. Regisseur, Drehbuchschreiber, fällt auch oft auf einen Namen. Es gibt ja Leute, die machen alles, also die schreiben, produzieren und führen Regie. Und zur Gründung noch ein Cameo. Genau, ein Auftritt. Ja. Es gibt ein Zitat, ich glaube der Billy Wyler hat es mal gesagt, es ist unmöglich aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film zu machen. Ebenso ist es einem einigermaßen begabten Regisseur unmöglich, ein gutes Drehbuch vollständig zu versauen. Also es steht und fällt tatsächlich mit dem Drehbuch, du kannst aus einem schlechten Drehbuch keinen guten Film machen, geht nicht. Und die Funktion des Autos ist in Hollywood sehr, sehr wichtig. Er selbst üblicherweise nicht. Das hat man gesehen damals, 2007, wann war das, dieser Streik der Schreibergilde, wo ja auch bei Scrubs irgendwie nur von der siebten Staffel die Hälfte gedreht wurde. Ja. Weil dann dieser Riesenstreik kam und die einfach nicht fertig wurden. Da waren vor allen Dingen in Serien betroffen, weil die natürlich on the fly geschrieben werden. Das heißt, nur ein Teil ist fertig, wenn sie anfangen zu drehen. Und dann merkt man eigentlich, was diese Schreibergilde auch irgendwo für eine Macht auch hat, für einen Hebel. Genau. Das ist schon heftig. Also ich habe auch geschrieben, dass sie meistens angeheuert werden und selten quasi spekulativ Drehbücher schreiben. Angeheuert eben um eine Buchvorlage und oder eine Idee in eine verfilmbare Form zu bringen oder eben auch vorhandene Drehbücher zu überarbeiten. Und die erste Drehbuchfassung wird in der Regel dann vom Produzent und Regisseur geprüft, der dann idealerweise schon an Bord ist und in jedem Fall Änderungsvorschläge machen. Immer eigentlich. Und seit einem Streik der amerikanischen Drehbuchautoren, nicht den du angesprochen hast, sondern einer, der bereits im Sommer 1988 stattfand, hat jeder Autor das Recht, aufgrund der Änderungswünsche selbst eine zweite Fassung, ein sogenanntes Rewrite zu liefern. Also bevor er quasi alle Änderungen so rein operiert, kann er auch sagen, du, ich setze mich nochmal hin, ich schreibe das jetzt nochmal komplett neu. Und wenn auch die nicht auf die Zustimmung der Geldgeber stößt, wird oft ein sogenannter Script-Doktor, ein Text-Hirurg quasi hinzugezogen, der sich auf die Fehlerbereinigung in den Geschichten anderer spezialisiert hat. Okay. Und dessen Name erscheint selten im Vorspann, aber der kriegt für seine Arbeit hinter den Kulissen ein horrendes Honorar. Also die werden fürstlich bezahlt. Und es gibt ein Zitat eines anonymen Autors, der sagt, die Studios ruinieren meine Geschichten, sie prostituieren meine Kunst, sie trampeln auf meinem Stolz herum. Und was bekomme ich dafür? Ein Vermögen. Hast du gerade ein Beispiel da, wo so ein Script-Doktor richtig übel über die ganze Geschichte drüber ist? Ich glaube, das zieht sich durch die kompletten Hollywood-Filme. Also ich weiß, dass bei Marvel-Produktionen, bei Ant-Man weiß ich zum Beispiel, dass einer am Werk war. Und dadurch, dass die nicht in Erscheinung treten, basiert das immer so ein bisschen auf Hörnsagen und Gerüchten und so, oder dass er vielleicht mal ausgeplaudert hat. Aber das ist durchaus üblich. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen von einem Script-Doktor, der selber mal Autor war, sich aber extrem spezialisiert hat, wie gesagt, viel Kohle kriegt dafür und sagt, hey, es nimmt ihm diesen ganzen Druck, weil er selber keine Geschichte schreiben muss, sondern eine andere einfach umschreibt. Das ist durchaus wahrscheinlich ein gutes Auskommen für jemanden, der eigentlich Autor ist. Und er sagt, ich habe auch gelesen von dem, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, er hat auch gesagt, es schärft einfach deine Sinne für Fehler in der Geschichte, die du in eigenen Geschichten gar nicht mehr wahrnimmst. Ja, du hast so einen Blick von außen einfach drauf. Ja, ein sehr objektive Sicht der Dinge einfach. Ja, dann ist es halt so, dass, wenn wir jetzt von dem Drehbuch einen Schritt weiter gehen in Richtung Film, dass natürlich die Anweisungen eines Autors in so einem Drehbuch, ich weiß nicht, ob du schon mal eins gesehen hast. Ich kann dir mal eins zeigen, ich habe ein paar da. Ich habe zum Beispiel das Drehbuch zu Speed. Okay. Gab es zu kaufen, ist halt ein Reprint, weil ich den Film einfach vergöttert habe damals und ich wollte halt mal sehen, wie so ein Drehbuch aussieht. Jedenfalls beschränken sich die Anweisungen da drin auf das Notwendigste, auf das Wesentliche. Das wird endlich wie so ein Theater-Skript wahrscheinlich sein. Ganz genau. Das heißt, du hast halt immer nur den Ort der Handlung, ob es außen oder innen ist, Tag oder Nacht. Und das bleibt also letztendlich der Kreativität und der Fantasie und der handwerklichen Fähigkeit des Regisseurs überlassen, wie er jede, der häufig über 1000 Einstellungen pro Film aufbaut und inszeniert. Also das ist schon eine Mammutaufgabe. Und da ist natürlich so eine Art Lageplan äußerst hilfreich. Also wenn du halt schon mal irgendwie weißt, wie soll denn diese Szene ungefähr aussehen und da kommt jetzt was ins Spiel, was du sicher schon mal gehört hast und das ist das Storyboard. Das heißt, es gibt eine Prävisualisierung, Previsualization heißt das, in Form eines Storyboards und dazu engagiert man einen speziellen Zeichner, eben einen sogenannten Storyboard-Artist, der halt so eine Art Comic zeichnet, der aus den einzelnen Einstellungen des Films besteht. Sieht aus wie so Comicbücher. Genau, das sieht man häufig bei so Making-ofs irgendwo an der Wand hängen. Und diese Storyboards, die dienen als Basis für sämtliche Abteilungen und Gewerke, die an dem Film beteiligt sind, spiegeln oftmals schon auch so ein bisschen den Stil des Films wieder, weil diese Storyboards eben in Verbindung mit dem Regisseur erstellt werden. Und es gibt auch begnadete Regisseure, die Storyboards signen können. Der Ridley Scott ist so einer, der gibt die Aufgabe nur aus Zeitgründen ab. Alien hat das zum Beispiel selber gemacht. Ja, der hat Händchen für Bilder. Genau. Auch beim Visualisieren dann im Film. Der malt sich die Storyboards selber, aber in der Regel ist es ein Storyboard-Artist, der das macht. Dieser Pre-Visualization, diese Phase, mittlerweile geht das auch so ein bisschen in 3D-Visualisierung über. Hast du das vielleicht auch schon mal gesehen. Und zwar, wenn es sehr komplexe Einstellungen sind mit vielen Kameras und aufwändigen Spezialeffekten, dann erstellt man oftmals so ganz einfache 3D-Modelle der Szenerie, damit sämtliche Gewerke, die da mitarbeiten, wissen, wo sie sich hinstellen müssen, was sie zu tun haben, wann was passieren soll. Das wird bei aufwändigen Sequenzen oftmals so gemacht. Beim Hobbit fällt mir das gerade ein, habe ich mir auch das Making-of angeschaut und da gibt es ja die Szene, wo Benedict Cumberbatch als dieser Drache Smaug ja in dem Erebor drin ist und da rumfliegt und rumgeistert. Das wurde ja letztlich gedreht in der Turnhalle und Peter Jackson hatte dafür eine spezielle Kamera, die den Raum quasi direkt als 3D-Modell dann oder in ein 3D-Modell, das was er gefilmt hat, also Virtual Reality mäßig oder Augmented Reality mäßig, wurde der Raum quasi seine Kamerabewegungen direkt in ein 3D-Modell am Computer eingefügt. Das heißt, er konnte eigentlich diesen Raum von Haus aus so sehen, wie er letztlich im Film dann erscheinen wird. Es geht in die Richtung, denke ich, oder? Ja, es ist halt, gerade wenn es um das Thema 3D und digital geht, hast du ja oftmals, wenn eine Szene voll digital ist, dann musst du sie ja auch voll digital dir vorher schon mal irgendwie angucken. Genau. Du musst ja auch da, und das klingt jetzt so banal, aber du musst ja auch in einer digitalen Szene wissen, wo setze ich das Licht hin, wie sieht das Licht aus, wo stelle ich meine Kameras hin. Das ist natürlich verhältnismäßig einfach, weil du sie nur virtuell setzen musst und nicht da Equipment ankarren musst. Nichtsdestotrotz brauchst du eine Visualisierung. Gehe ich jetzt aber auch gar nicht so darauf ein, das ist so ein typisches Produkt des digitalen Zeitalters, ja. Da kann ich wirklich auch nochmal die Making-offs vom Hobbit wirklich empfehlen, weil da extrem viel improvisiert werden musste, um auch diese Größenverhältnisse zum Beispiel hinzubekommen oder eben so voll 3D-animierte Umgebungen, auch bei Avatar zum Beispiel, lege ich jedem ans Herz, sich mal die anzugucken. Herr der Ringe natürlich auch. Die Extended Versions. Die sind die Extended Version, da sind ja viele Making-offs drauf, aber das ist halt noch wirklich viel Handarbeit gewesen. Aber beim Hobbit hat man eben diese massiv digitale Welt. Und 3D. Und 3D und was weiß ich, und da gibt es auch viel Bonusmaterial, das einen Einblick in diese Produktion eben gibt. Ja. Sehr interessant. Also jedem, der am Produktionsprozess eines Films Interesse hat oder dessen Interesse jetzt geweckt wird, vielleicht auch dem Podcast, dem empfehle ich die Anhänge vom Herr der Ringe und vom Hobbit. Man lernt sehr, sehr viel, was Filme machen. Weil es auch weit entfernt ist von diesem typischen, wow, wir sind alle super, bla bla, dass man in so kurzen Making-offs immer sieht, die gegenseitige Beweihräucherung, sondern die gewähren tatsächlich einen Einblick in die 2 oder 3 Discs verteilt, rein nur Making-offs. Das ist irre. Kommen wir zum Punkt, den ich vorhin auch schon mal angerissen habe, nämlich zum Casting. Also es ist ja so, dass bis zu einem Dutzend Schauspieler für eine einzige Rolle in Betracht kommen können und es sogar noch während der Dreharbeiten passieren kann, dass man eine Rolle austauscht, weil man merkt, das funktioniert nicht. Beispiel, wusstest du zum Beispiel ursprünglich Marty McFly in Back to the Future spielen sollte? Nee. Eric Stoltz. Wer war das? Eric Stoltz war auch ein bekannter Jungschauspieler, so rötliche Haare. Der Name sagt mir was. Und wurde dann natürlich durch Marty McFly ersetzt. Du kannst ja mal googeln. Michael J. Fox, ja. Marty McFly ersetzt, sage ich. Michael J. Fox, danke. Der dann aber auch noch irgendwie seine Serie da gedreht hat und ja, nenne ich Eric Stoltz. Also wieder Stoltz schreibt man den. Ah, weil das sind Eishockey-Spieler. Eric Stoltz. Ja, genau. Ah, okay. Ja, jedenfalls ist es halt so, dass sich einige Besetzungschefs damit begnügen, eine Liste der Schauspieler zusammenstellen, die sie kennen und dann dem Regisseur und Produzenten einfach die Auswahl zukommen lassen und sagen, hier sucht ihr eine aus. Andere analysieren das Drehbuch und versuchen auch schon mal ungewöhnliche Rollenbesetzungen durchzusetzen. Also da hat der Casting-Director da schon Einfluss drauf. Wenn der sagt, hey, der ist vielleicht noch nicht so bekannt, das musst du natürlich dann auch dem Studio gegenüber wieder durchboxen. Und um das zu erreichen, musst du halt wirklich als Casting-Chef großen Einfluss haben und das volle Vertrauen des Regisseurs genießen. Und gute Talentscouts haben. Ja. Besetzungsagenturen greifen halt auf so Nachschlagewerke zurück. Klar, die haben Adressen, Fotos und die wichtigsten Daten, Körpergröße, wie so eine Modelagentur halt, wo sie halt zurückgreifen können. Und bei einem normalen Casting-Termin ist es halt so, wie man es so kennt. Du musst halt, der Schauspieler erscheint halt und muss halt vorsprechen, wobei einem der Besetzungschef dann halt souffliert oder die andere Rolle spricht. Wie du es aus... Ist ja schon irgendwie aus einem teilfertigen Drehbuch auch schon Szene. Ja, ja. Das ist dann schon, basiert schon auf einem, zumindest auf einem Draft. Ja, bei, also Regisseur und Produzent, die hören halt auch zu und machen sich halt auch ein Bild von dem Darstellertyp und ob der passt. Manchmal ist es auch so, dass die halt Videoaufnahmen machen, wenn es sehr, sehr viele Darsteller sind, die zu casten sind oder halt auch aus aller Herren Länder. Dann findet das Casting halt in dem jeweiligen Land statt und dann schickt man halt Videos an Produzenten und Regisseur, die sich die Leute dann aussuchen. Genau. Und das heißt, also das ist so, dass die Agentur auch die Verträge für die Darsteller aufsetzt, wenn sie engagiert sind. Und Gagen unter 35.000 Dollar können die einfach absegnen, ja. Und alles, was darüber hinausgeht, da brauchen, da wird dann mit dem Anwalt des Produzenten verhandelt, ja. Normalerweise ist es ja so, dass Stars nicht mehr gecastet werden. Das ist das Schöne, glaube ich, am Erfolg, dass du halt Drehbücher geschickt bekommst und aussuchen kannst, ja. Auch Monate, und das wusste ich auch nicht, nach dem Drehschluss wird der Casting-Chef noch gebraucht, dann darf er nämlich Sprecher für die Nachsynchronisation suchen. Das macht auch noch der Casting-Chef. Dann gibt es prominenterweise während der Vorproduktionsphase noch einen Job, der zu erledigen ist und das ist, oder ein Job, der da anfällt und das ist der Motivsucher. Ich habe auch schon mal gehört, das ist der Location-Scout, ja. Das heißt, der… Der hat einen geilen Job, glaube ich. Ja, ja, das ist super. Der stellt halt zusammen mit dem Regisseur und dem Produktionsdesigner, kommen wir noch dazu, was das ist, eine Liste möglicher Drehorte zusammen und der fotografiert die aus allen möglichen Blickwinkeln und sammelt alle relevanten Informationen über die Umgebung, ja, also auch logistische Informationen. Wie kommt man da hin? Wie aufwendig ist es? Wie schaut es mit Drehgenehmigungen aus? Wie ist die Situation, politische Situation in dem Land? Okay, der macht das ganze Gedönse drumherum auch noch mit. Ganz genau. Und die Entscheidung über die Eignung des Drehorts fällt dann aber letztendlich der Regisseur und sagt, jawohl, das können wir machen. Aber so die Auswahl erstellt erstmal der Location-Scout. Okay. Dann ist es auch so, dass die, natürlich auch das Produktionsdesign, also die Setbauten schon in der Vorproduktionsphase beginnen. Ja, also es gibt ja irgendwie, wie gesagt, es gibt solche mehrere Abstufungen des grünen Lichts, um es mal so zu nennen. Und ab einer gewissen Leuchtstärke, ab einer gewissen grünen Farbe fangen halt auch andere Gewerke an, Dinge zu tun. Und natürlich fangen die vor den Dreharbeiten schon an, Sets zu bauen, aber erst dann, wenn das endgültige Budget abgesegnet wurde. Und natürlich werden auch alle anderen Abteilungen und Gewerke weit vor Beginn der Dreharbeiten nach und nach ins Boot geholt, um sich entsprechend vorbereiten zu können. Ihr werdet jetzt sehen, also während der Dreharbeiten gibt es da unzählige Gewerke und Abteilungen, die da beteiligt sind. Und natürlich kann man sich schon bei der einen oder anderen, könntest ihr euch einfach selber denken, dass die schon vorher anfangen werden, ihren Job zu tun. Ja, jetzt fällt mir vom Anheber auch natürlich Kostüme ein, Requisiten, ja, um mal zwei zu nennen. Die müssen natürlich auch schon vorher anfangen, die kriegen einen Drehplan, aber die sind meist auch während der Dreharbeiten sehr, sehr ausgelastet, weil sie halt auch nicht auf Halde arbeiten, sondern tatsächlich immer auf dem Punkt teilweise sogar, weil der Platz ja auch nicht da ist. Du musst dann die einen Sets wegreißen und die nächsten hinbauen. Ja, das war es erstmal grob mit der Vorproduktion. Es ist noch kein einziger Schnipselfilm gedreht worden. Kein Byte, wenn man heute sagen würde, gedreht worden. Außer bei Tarantino. Ja. Jetzt beginnen wir mit den Dreharbeiten, der sogenannten Principal Photography. Und an diesen Dreharbeiten sind 50 Jobs oder mehr beteiligt. Ich habe sie alle. Ich habe sie alle, ja. Gut. Und ich habe versucht, das so ein bisschen hierarchisch aufzudröseln und ich hoffe, ihr findet es genauso interessant, wie ich das finde, die Jobs nochmal so konkret benannt zu kriegen, wer denn da was macht. Als erstes sei natürlich der Produktionsleiter, der Production Manager zu nennen und der trägt die Verantwortung an der täglich modifizierten Planung der Produktion und er ist auch der Manager des geschäftlichen Bereichs. Das heißt, der plant tatsächlich, wann was stattfindet, wach das Budget. Und der errechnet auch das Budget aufgrund der Anforderungen, die alle Abteilungen an ihn herantragen. Da kommt der Eder und sagt, ich muss das machen. Du hast gesagt, ich soll das machen. Das kostet das, das kostet das, das kostet das. Und der guckt halt so ein bisschen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Er muss einen Zeitplan erstellen, den er mit dem Regieassistenten arbeitet. Er stellt die Mitarbeiter des Drehteams ein und handelt mit ihm die Verträge über Ausrüstung, Dienstleistungen und Bezahlung aus. Er wird auch bei der Entscheidung über die Drehorte hinzugezogen, wegen Geld. Verantwortlich ist er direkt dem Produzenten und dem Regisseur. Voraussetzung für seine Aufgabe sind intime Kenntnisse der Produktionsbereiche und manchmal überwacht er auch die Endfertigung des Films nach Abschluss der Dreharbeiten. Das ist ein wichtiger Job. Ja, das ist der Production Manager, Produktionsleiter. Dann gibt es einen Aufnahmeleiter, den sogenannten Unit Manager. Der Produzent oder der Produktionsleiter stellt den Aufnahmeleiter ein, der die Arbeit am Drehort plant und organisiert. Mit seinen Motivsuchern, Location Scouts, legt er die Drehorte fest, also da ist der Aufnahmeleiter schon beteiligt in der Pre-Production, und einigt sich mit den Grundstücksbesitzern auf eine Nutzungsgebühr und gegebenenfalls Änderungen an den Baulichkeiten. Leck. Er ist für Drehgenehmigungen verantwortlich, organisiert in Absprache mit dem Produktionsleiter die Verpflegung, Garderoben und mobile WCs. Auch da müssen wir mal aufs Töpfchen. Facility Management. Da war angeblich, vom Hörensagen hat man es mal mitbekommen, angeblich wurde ja für 28 Days Later, dieser tolle Zombie-Film von Danny Boyle, wurde ja angeblich Geria-Filming betrieben. Also einfach so ohne Drehgenehmigung? Genau, weil Sonntagmorgen, Londoner Innenstadt, tot. Und das ist diese Eingangsszene aus dem Film, wo halt wirklich nichts ist. Und da wurde scheinbar ohne Drehgenehmigung, Geria-mäßig, einfach Kameras aufgestellt und die leere Stadt gefilmt. Und das wurde als Eingangssequenz für 28 Days Later. Ohne Gewehr, ich habe es auch nur mal vernommen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber coole Sache. Ja, habe ich noch nicht gehört. Ja, ziemlich Hand in Hand gehen natürlich dann auch, also die Stars müssen ja nicht nur Notdurft verrichten, sie müssen ja auch was essen. Und da kommt natürlich die Verpflegung ins Spiel, das Catering. Und das Catering engagiert auch der Produktionsleiter, der engagiert das Verpflegungsteam und die müssen halt bei Außenaufnahmen mobil sein, um das Team auch während der kompletten Dreharbeiten regelmäßig mit Mahlzeiten versorgen zu können. Und die Catering-Firmen, die besitzen halt neben diesen obligatorischen Gulaschkanonen auch Zelte, Tische, Bänke und entsprechende Lastwagen, um einen rollenden Restaurantbetrieb jederzeit und bei jedem Wetter zu gewährleisten. Das ist krass. Also erstmal die Mengen, also du wirst sehen, wenn ich jetzt hier von 50 verschiedenen Jobs während der Produktion, sind viele, 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 viele Leute dabei, die halt da versorgt werden müssen. Und das halt auch mal in unwegsamem Gelände und vielleicht auch mal in der Wüste oder irgendwo. Das ist halt auch eine logistische Meisterleistung, sowas. Die haben schon andere, sind aber Spezialisten. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, hier der Italiener von nebenan, der so ein bisschen Catering nebenbei macht. Das sind Sterneküche wahrscheinlich. Die haben andere Lastwagen da und anderes Equipment, ja. Und Personal auch. Ich meine, die müssen ja alle auf Zack sein. Ja klar. Man sieht den Bämperlkoch vom Laden um die Ecke hin. Ja, und dann drehen die ja auch zu, was weiß ich, zu irgendwelchen unchristlichen Zeiten. Und also das muss alles mitgebracht werden. Dann kommt während der Dreharbeiten hat natürlich auch der Produzent, also der Producer eine Rolle. Der ist ja jetzt nicht aus dem Spiel, sondern der ist ja auch mit involviert. Und der organisiert ja hauptsächlich, habe ich ja schon erwähnt, die Entwicklung einer Filmidee bis zum Drehbuch, aber auch dessen Umarbeitung zum Drehreifen-Skript. Das war in der Pre-Production-Phase. Und der bringt dann die Schlüsselfiguren für das Projekt zusammen. Er arbeitet aber auch weiterhin mit dem Regisseur eng zusammen und hält ihn dem Rücken frei, damit er sich künstlerisch möglichst frei entfalten kann. Und ich habe es auch schon erwähnt, da Kontrolle beim Film einfach alles ist, kommt es halt vor, dass Produzent und Regisseur oftmals die gleiche Person ist und vielleicht sogar auch der Autor. Dann haben wir natürlich schon mehrfach erwähnt, ohne die läuft nichts und das ist auch meistens mit der prominenteste Name, der mit so einem Film verknüpft wird, nämlich der Regisseur, der Director im Englischen. Und der ist halt, mein Gott, der ist halt der Kapitän dieses Ozeandampfers, der eine Filmproduktion darstellt. Oh, sehr lyrisch. Und als verantwortlicher Kreativer koordiniert er die künstlerischen Beiträge, die von allen Abteilungen eingebracht werden. Der ist unter Dauerfeuer. Der entscheidet alles, außer das Budget. Und nachdem er das Drehbuch gelesen hat und vielleicht auch umgeschrieben hat, sucht er sich die entscheidenden Mitarbeiter selbst aus. Am Set hat er in der Regel die absolute Befehlsgewalt. Und der probt mit den Schauspielern, bestimmt mit dem Kameramann die Bildkomposition, entscheidet, ob eine Einstellung akzeptabel gespielt und damit gestorben ist. So nennt man das. Klingt komisch, aber ist so. Gestorben heißt, ist gut. Ist gut. Und überwacht die Arbeit des Cutters. Siehe Post-Production. Kommen wir noch zu. Wobei es ja im Englischen nicht Cutter heißt. Das ist der Editor. Das ist der Editor, ja. Cutter heißt es kundularweise im Deutschen. Ganz genau. Ich habe auch immer erst die deutschen Bezeichnungen verwendet, um so ein bisschen einen kleinen Spannungsbogen immer aufzubauen, weil da gibt es nämlich ein paar so Namen, die komische englische Bezeichnungen haben. Dann gibt es natürlich den Regieassistent, der Assistant Director, der am Drehort die wichtigste Person nach dem Regisseur und dem Kameramann ist. Als rechte Hand des Regisseurs kennt er dessen Ansichten zu allen Aspekten der Produktion und es ist seine Aufgabe, diese an das Filmteam zu vermitteln. Zusammen mit dem Produktionsleiter plant er von Anfang an jedes Detail der Filmproduktion, organisiert Konferenzen am Drehort, erstellt Dreh- und Zeitplan und kümmert sich um das Anmieten der technischen Ausrüstung. Er ist verantwortlich für die Handlung im Hintergrund, also zum Beispiel die Aktionen der Statisten. Er mahnt das Team in entscheidendem Moment lautstark zur Ruhe und gibt das Einsatzkommando an Tontechniker und Kameramann, bevor der Regisseur selbst dann Action rufen kann. Dann gibt es einen zweiten Regieassistenten, weil der Job klingt schon stressig. Jetzt kommen wir langsam Richtung Kaffee holen. Der Second Assistant Director und der ist bei der Besetzung und beim Aussuchen der Drehorte ist er auch immer dabei und er hilft halt mit den Statisten Anweisungen zu geben. Er ist verantwortlich für den täglichen Auszug des Drehplans, das sogenannte Call Sheet, also wo halt dann nochmal zusammengefasst ist, was heute alles gedreht wird, mit Einsatzterminen, wann wer wo am Set sein muss und den lässt er halt allen Darstellern und der gesamten Crew am Abend zuvor zukommen. Und häufig hat er auch nochmal einen Assistenten und er ist halt verantwortlich für die Anleitung des Regiepraktikanten. Das ist der, der Kaffee holt. Es gibt so eine Directors Guild of America und da gibt es so Trainees, also so Praktikanten und du musst im Prinzip, musst du diesen Posten mal durchlaufen haben, wenn du überhaupt mal ernsthaft mit dir Gedanken spielst, Regie zu führen irgendwo. Ja, dieser und ja, er ist, er nennt sich auch DGA Trainer, also Directors Guild of America Trainer. Also der zweite Regieassistent macht diesen Job. Dann hast du auch schon mal gesehen, es gibt einen sogenannten Standfotografen, der Still Photographer. Still Photographer. Die Öffentlichkeitsarbeit für den Film, die darf man nämlich nicht außen vor lassen und die muss man von Anfang an planen, gehört so ein Stück auch zum Marketing. Deshalb ist bei allen Seen grundsätzlich immer der Standfotograf anwesend, der mit seinen Fotos die Handlung dokumentiert. Und die Fotos werden dann später zur Veröffentlichung an die Presse. Das sind dann diese Setfotos, die man im Internet empfindet. Diese super, super ungestellten Setfotos. Zum Teil bitte der Fotograf, nämlich die Stars speziell für ihn zu posieren, weil während der Aufnahme darf er natürlich die Bewegungsfreiheit des Drehteams nicht beeinträchtigen. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer, als auf einer Hochzeit zu fotografieren, weil du immer im Weg stehst. Grundsätzlich. Und deswegen, ja, du musst ein bisschen, glaube ich, unsichtbar werden und deine Fotos halt machen. Dann, was gibt es noch alles? Es gibt natürlich den Stunt-Koordinator. Der heißt ziemlich gleich am englischen Stunt-Koordinator. Was der macht, dürfte klar sein. Der organisiert die Stunt-Szenen und den Einsatz der Stunt-Leute. Und als Spezialist kann er auch Verfolgungsjagden choreografieren. Das machen häufig die Stunt-Koordinatoren. Der engagiert die am besten geeigneten Stunt-Männer oder Frauen und ist häufig auch selbst aktiv dabei. Auch selber Stunt-Mann oder Stunt-Frau. Einer der wichtigsten Aspekte seiner Arbeit ist die Gewährleistung der Sicherheit. Ganz genau. Der Effekt der Stunts im Film wirkt spontan, aber geplant werden die äußerst genau, sekundengenau unter Einbeziehung aller Eventualitäten. Also wenn man das mal in irgendeinem Make-up gesehen hat. Was gibt es mit dem Sprengmeister auch dann noch? Ja, den gibt es auch noch. Ach, das ist extra. Achso. Das ist extra. Also nur diese Planung ist der beste Schutz vor Umfällen. Wobei es nicht auszuschließen ist. Nein, passiert immer wieder. Dann gibt es natürlich die Stunt-Leute. Die heißen tatsächlich Stunt-Person. Also Stunt-Man und Stunt-Woman sind out. Also beziehungsweise Stunt-Man war der Gänge-Begriff. Hat man natürlich im Zeitalter der Emanzipation abgeschafft. Auch richtig, so heißt es Stunt-Person. Der Stunt-Man und die Stunt-Frau führen vorher kamen halt Aktionen, durch die die Versicherung der Darsteller irgendwie halt nicht verbieten würde. Außer man heißt Tom Cruise. Stunt-Leute werden möglichst danach ausgesucht, dass sie dem Star physisch ähneln. Also von der Statur her. Und sie tragen auch ein identisches Kostüm. Ihre akrobatischen Aktionen werden bis ins kleinste Detail geplant natürlich. Wobei die Wünsche des Regisseurs und die Zweige parallele Effekte berücksichtigt werden. Ja, und obwohl Umfälle halt weitestgehend vermieden werden sollen, sind bei Stunts grundsätzlich immer Krankenwagen und Feuerwehr zur Stelle. Immer. Dann haben wir noch Leute, die eher im Hintergrund agieren. Und das sind die Statisten. Wie heißen die im Englischen, weißt du es? Extras. Ganz genau. Auch eine lustige Serie bei BBC übrigens. Ah, okay. Kenne ich auch nicht. Im Deutschen Statisten oder Komparsen füllen den Hintergrund einer Filmszene, um dadurch eine lebensnahe, reale, in Anführungszeichen, Situation zu suggerieren. Das sind die, die nur den Mund bewegen im Hintergrund. Genau. Sie werden von einem speziell für die Komparserie zuständigen Besetzungschef angeheuert. Da gibt es also wieder einen, der nur Statisten anhäuert. Dann gibt es den Feuerwerker, den Pyrotechnical Specialist. Der ist der Sprengmeister und hat die Erfahrung mit realen und vorgetäuschten Explosionen und Feuereffekten. Bomben, explodierende Autos, simulierte Einschüsse am Körper, Einschüsse in Wänden, Möbel, brennende Stuntleute und das ist alles ein Spezialgebiet. Die Planung ist halt auch sehr, sehr komplex und er fordert die Mitarbeit anderer Abteilungen, weil er zum Beispiel Einschüsse halt vorher mit den Kostümbildnern oder mit den Maskenbildnern absprechen muss. Er kann ja nicht einfach deren teure Kostüme zerfetzen. Doch, das geht. Und die Durchführung halt, er muss eine staatliche Lizenz verweisen. Also das ist ähnlich wie bei uns. Als Pyrotechniker brauchst du schon eine staatliche Lizenz. Und er ist auch für die Sicherheit dieser Effekte verantwortlich klar. Und er stellt auch seine eigene Feuerlöschausrüstung zur Verfügung und organisiert das nötige Personal. Also die wissen, was sie tun. Kommen wir zu einem weiteren, zu einem sehr, sehr wichtigen Player bei der Produktion eines Films. Und zwar dem sogenannten lichtsetzenden oder auch lichtbestimmenden Kameramann. Im Englischen, hast du sicher öfter gehört, ist der Director of Photography, auch DP genannt. Während es in Europa war früher Kamera und Beleuchtung, waren getrennte Abteilungen. Es übernimmt aber heute mehr und mehr, wie in Hollywood seit Langen, dieser DP, der lichtsetzende oder eben lichtbestimmende Kameramann, die Verantwortung für den Bildausschnitt und gleichzeitig die Ausleuchtung der Täne. Macht ja auch irgendwo Sinn. Ja klar, der muss ja das Auge dafür haben, wie es aussieht. Ganz genau. Von Beleuchtung, ja. Der Regisseur, der baut da schon auf sein Wissen bezüglich Lichtsetzung, optischer Winkel, Kameraausrüstung und so weiter. Und wie man merkt, also der Director of Photography hat auch eine immer tragendere Rolle in den Filmproduktionen der letzten Jahrzehnte gespielt. Also die sind auch bekannter geworden. Ja, man kennt einen Roger Deakins. Ja, man kennt einen Michael Ballhaus. Das sind halt einfach Kameramänner, DPs, die sich einen Namen erarbeitet haben, deren Handschrift sich sogar eben auch in den Filmen wiederfindet, weil der Regisseur genau das will. Ja. Genau dessen Stil. Und deswegen haben die manche halt einen sehr guten Rufen, auch einen sehr guten Stand. Und die Wahl des Kameramanns ist eben auch die wichtigste, die ein Regisseur überhaupt treffen kann. Ja, damit fällt und steht auch ein großer Teil vom Film. Weil der Regisseur guckt sich zwar das an, aber wenn der Kameramann keine Ahnung hat, also vor allem der Lichtsetzende, wäre halt doof. Und der genießt auch im Team nach dem Regisseur die größte Autorität. Also was der sagt, ist nach dem Regisseur Gesetz. Da muss ich ja immer an den Jost Vakano denken. Den kenne ich nicht. Das ist der Kameramann von Das Boot. Boot hast du schon mal gesehen? Mhm. Das ist ja Kameraarbeit, da ziehst du einen Hut. Die ist wahnsinnig, vor allem wenn du die Hintergründe zu den Dreharbeiten gehst. Ja, in diesem engen U-Boot. Unglaublich. Da haben die ja, ich glaube auch für den Film haben die zum ersten Mal so eine Steadicam-ähnliches Ding gehabt, das man sich halt umschnallt und wo man halt dann quasi am Körper die Kamera trägt und durch diese engen Gänge durchgeht. Ich weiß nicht, warst du schon mal in den Paradies-Film schon? Ja, ja. Da ist ja dieses Set von dem Boot, das ja original ist. Mega eng, ja. Ja, furchtbar eng und damit diese riesen Kameraausrüstung und dieser Jost Vakano, der glaube ich, hat ja nicht sogar einen Oscar für die Kameraarbeit bekommen? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Aber der ist, der hat auch beklagt, weil er nicht genug Kohle bekommen hat. Jetzt kriegt er Anteile an den Verkäufen von Das Boot. Ah, sehr interessant. Ja, jedenfalls, der bestimmt maßgeblich mit dem visuellen Stil eines Films. Also da führt an dem Film kein Weg vorbei. Das Kamera- und das Beleuchtungsteam sind indirekt unterstellt. Ja. Dann gibt es natürlich den Chef oder Oberbeleuchter. Und das ist im Englischen der Gaffer. Der Gaffer. Ich dachte mir immer, das ist einer, der rumsteht und guckt. Nein. Das ist der Oberbeleuchter. Merken wir uns das einfach so. Der Beleuchter ist dem lichtsetzenden Kameramann unterstellt und der ist verantwortlich für die Lichtsetzung. Dough. Aber der ist natürlich klar, der Kameramann, der rückt natürlich jetzt keine Scheinwerfer rum in der Gegend, sondern der sagt dem Oberbeleuchter halt, wie er es gerne hätte. Und der führt das aus. Und der Oberbeleuchter, der stellt auch Beleuchtungspläne auf, die er mit seinem Stab von Elektrikerin bei Kameraproben überprüft. Also was braucht man, welches Licht, wie groß, wo. Der wiederum hat auch wieder einen Assistenten, nämlich den normalen Beleuchter. Und das ist der Best Boy. Ah, da ist er, der Best Boy. Guck einer an. Das heißt, der erste Assistent des Oberbeleuchters, also des Gaffers, ist der Best Boy. Und der muss geschulter Elektriker sein. Ja, macht Sinn. Der plant auch die Vorbereitung der Lichtausrüstung für den nächsten Drehort. Also der weiß halt, wie viel Watt da erforderlich sind und ob die Hausanschlüsse passen und so. Also der muss schon viel elektrisches Wissen mitbringen. Und das muss alles geerdet sein. Nicht, dass er uns da gebraten wird, weil er an den Scheinwerfer kommt und, und, und. Dem, wenn in freier Natur gedreht wird, braucht man natürlich noch einen weiteren Posten. Das ist der Aggregatsbediener, wie es im Deutschen heißt. Also der Generator Operator. Und der wird halt gebraucht, wenn es keinen Stromanschluss gibt. Dann kauen die da einen mobilen Dieselgenerator an und der liegt halt in der Verantwortung des Aggregatsbedieners. Und der Aggregatsbediener wiederum ist dem Best Boy unterstellt. Also merken wir uns, ja, Director of Photography, Gaffer, Best Boy, Generator Operator. In der Hierarchie. Das ist eine coole Bezeichnung, Generator Operator. Finde ich gut. Dann gibt es natürlich noch einen Kamera-Assistenten. Also es gibt für alles Assistenten. Muss sein, hilft nichts. Und zwar, das ist der Camera Operator. Das ist der, der tatsächlich auch Kameras dann führt. Führt die effektiven Bewegungen der Kamera letztendlich aus und ist für die möglichst fließenden Kamerafahrten verantwortlich. Bei den Proben zu den Einstellungen übt er die Schwenks im Zusammenspiel mit den Darstellern. Und während der Aufnahme überwacht er die Einhaltung der vom Kameramann, vom Licht setzenden Kameramann vorgegebenen Bildkomposition. Also der Director of Photography sagt dem, so soll es ausschauen. Und der Kameramann, der Kamera-Assistent, der Camera Operator führt das letztendlich aus. Er überwacht halt die vorgegebene Bildkomposition. Er prüft, passt das Objektiv, passt die Schärfe des Bildes, startet die Kamera. Und der startet dann auch die Kamera. Und der Beruf des Kamera-Assistenten ist quasi immer die Vorstufe auf dem Weg zum Kameramann. Also das musste auch, die Schule musste durch. Ja, dann gibt es noch einen sehr kuriosen Job. Ich wusste, dass es den gibt. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, vom Schärfezieher. Bitte was? Vom Schärfezieher. Heißt der auf Englisch? Focus Puller. Nee. Also den habe ich noch nie gelesen oder gehört. Der Focus Puller ist für nichts anderes, als er ist der Assistent des ersten Kamera-Assistenten, also des Camera Operators. Und der misst die Entfernung zwischen dem Kameraobjektiv und dem zu filmenden Objekt und er stellt das Objekt scharf. Ah. Die Kameras haben keinen Autofokus. Nee, haben sie nicht. Die haben einen Focus Puller. Da steht einer da und dreht. Und das heißt, der zieht die Schärfe daher auch dieser Name. Und häufig auch während der Aufnahme wechseln halt die Entfernungen zu den sich bewegenden Objekten und der sorgt halt dafür, dass die richtigen Objektiven auf den Kameras aufgeschraubt werden und dass die Kamera immer einsatzbereit ist und der zieht halt immer die Schärfe nach, wenn sich ein Objekt bewegt. Das ist ein Job. Ja, cool. Da steht einer zum Teil, also mittlerweile ist ja alles schon mit Elektronik, aber früher war das tatsächlich jemand, der an einem Rädchen dreht, der auch nochmal einen Monitor hat, wo er die Schärfe sieht oder besser beurteilen kann als durch den, durch das Okular und durch den Sucher und ja, das ist ein Job. Und der ist furchtbar anstrengend. Ja, ja. Und wie scheiße das ist, wenn nicht der richtige Bildausschnitt scharf gestellt ist. Vordergrund, Hintergrund. Gibt es ältere, in Neuem passiert das so gut wie nicht mehr, aber es gibt ältere Produktionen, wo du, wenn du sie jetzt auf Blu-Ray siehst zum Beispiel, früher hat das Kino auch mehr verziehen. Ja, aber jetzt ist alles digital und hochauflösen und Blu-Ray und du siehst jeden Fehler und da siehst du bei alten Filmen oftmals, dass der Fokus-Puller Mist gebaut hat. Ja, aber so richtig. Ja. Der ist schuld. Ja. Kann man nicht mal dem Kameramann die Schuld geben. Nein. War der Fokus-Puller. Dann gibt es den zweiten Kameraassistenten, der Assistant Camera Operator und der ist ebenfalls das dem Kameramann unterstellt. Seine Hauptaufgaben. Laden der Kameramagazine. Oder wechseln der Datenträger neuerdings. Ja. Schlagen der Klappe. Sein Job. Das sogenannte Slate heißt es im Englischen. Führen des Kameraprotokolls. Camera Sheet. Und in diesem Camera Sheet werden alle Szenen und Einstellungen eines Tages aufgeführt. Ganz genau aufgelistet, wer wann welche Einstellung gedreht hat. Geiler Job. Ein Lichtdubel. Ja, genau mein Ding. Stand-in. Okay. Ach, da ist der Stand-in. Ja. Hast du sicher schon mal gehört. Ja. Das Einleuchten einer Szene und die Kamera aufbauen. Und es dauert ja ewig. Ja, langwierige Vorarbeit. Und die erfordert natürlich von allen nicht unmittelbar Beteiligten extrem viel Geduld. Und damit die Darsteller sich in der Garderobe ruhig auf die Szene vorbereiten können, sind ihre Lichtdubels in der Szenerie als Vertreter zur Stelle. Die stellt man halt hin. Das ist ein nicht so gefährliches Stuntman. Genau. Das ist quasi das Stuntman für Leute wie uns. Und die tragen auch dieselben Kostüme wie die Stars, haben ungefähr die gleiche Statur. Und der Kameramann kann somit das Licht bestimmen und Schärfetests machen, ohne die Stars zu belästigen. Und wenn dann alles sauber eingestellt ist, dann werden die Stars aus der Garderobe geholt und können konzentriert in die Szene einsteigen. Stand-in. Mein Traumjob. Ja, auf jeden Fall. Rumstehen und Geld kassieren. Ja, super. Kamerakranführer. Auch ein Job. Der Crane Operator. Was der macht, dürfte klar sein. Es gibt ja Kamerakräne, die eine Kamera, was weiß ich, teilweise 20, 30 Meter über den Boden heben können. Und es muss halt jemanden Spezialisten geben, der dieses Teil horizontal und vertikal durch die Gegend schwenkt. Dann gibt es einen Kabelhelfer. Hast du auch schon mal gehört? Das ist der Dolly Grip. Der zieht nämlich am Drehort den Kamerawagen. Und der Kamerawagen wird im Englischen als Dolly bezeichnet. Und der fährt halt auf so eigens vom Kabelhelfer verlegten Schienen, um somit eine flüssige Bewegung zu gewährleisten. Und manchmal bewegt er auch so einen ähnlichen Wagen wie das Dolly, auf dem ja der Kameramann sitzt, für den Tonassistenten, der da mit seiner Mikrofonangel draufsteht und die Kamera begleiten muss. Stell ich mir anstrengend vor? Ja, viel körperlich. Finde ich Stand-in wesentlich attraktiver, muss ich ehrlich sagen. Wenn, dann Stand-in. So vollkommen talentfrei. Einfach in der Gegend rumstehen. Einfach in der Gegend rumstehen. Dann gibt es über sämtliche Gewerke verteilt, aber vornehmlich eben im konstruktiven Bereich eher angesiedelt die ganzen Helfer. Das sind halt Leute, die tatsächlich dann mal was anpacken. Die ganzen Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, die stehen entweder rum oder geben Anweisungen. Nee, die tun schon was, ja. Aber so die Leute, die richtig anpacken, das sind die Helfer. Und was heißt anpacken auf Englisch? Grip. Ja. Das sind die Grips. Und unter Leitung des Chefs. Und der Chef heißt Key Grip. Key Grip. Der Schlüsselgreifer. Genau. Oder Head Grip. Ja, wenn ihr im Abspann Key Grip lest, das ist der Chef, der Helfer. Der hat halt seine Crew und die sind für das Be- und Entladen der tonnenschweren Filmausrüstung. Das sind die armen Würste, ja. Also der Gschaftler. Ja. Die verschieben die Kulissen, bauen Plattformen für die Kamera und Lichtausrüstung, reparieren kleine Schäden, konstruieren Hilfsvorrichtungen. Die Hausmeister Crew. Um zum Beispiel eine Kamera außen einem Auto zu befestigen und die assistieren auch dem Kabelhelfer und dem Kamerakranführer. Das sind die Handlanger. Das sind Minions. Ja. Dann, du hast es schon mal kurz erwähnt, gibt es auch einen Beruf, der ist relativ neu, ist der Steadicam-Kameramann, der Steadicam-Operator. Und der ist in der Regel auch dem Kameramann untergeordnet, wenn er nicht selbst die Funktion übernimmt. Aber er ist hochqualifizierter Spezialist. Bis in die 70er waren gleichmäßige Kamerabewegungen zum Beispiel nur möglich, indem man Schienen verlegt hat. Ja, also die Dollys. Und die bewegliche Handkamera liefert dagegen nur wackelige Bilder. Das ist jetzt mittlerweile sogar etwas, was man wieder bewusster einsetzt, das Verwackeln. Was auch teilweise jetzt richtig nervig wird mit der Zeit, weil es jetzt jeder macht. Genau. In jeder verdammten Szene. Und die Steadicam, die vereint quasi beide Vorzüge, einmal die regelmäßige Bewegung und die Tragbarkeit. Und das ist halt, ja, die wird vom Kameramann selber getragen. Das wird aber mit Hilfe einer komplizierten Aufhängung, werden die Unregelmäßigkeiten der menschlichen Bewegung fast vollständig ausgeglichen. So, dass halt die Bewegungen auf engstem Raum ausgeführt werden können, ohne dass es halt ewig wackelt. Und damit wird halt die Bewegungsfreiheit des Kameramanns extrem erhöht. Es wird sehr, sehr oft eingesetzt heutzutage. Und er hat halt so ein Korsett aus Gurten, wo die Kamera eingehängt wird, hat sicher schon mal der ein oder andere gesehen. Da hängt dann so ein gefederter Metallarm dran, der mit Gegengewichten ausbalanciert wird. Und nochmal einen eigenen Videomonitor, wo er dann, er kann ja nicht durch den Sucher gucken, sondern er hat dann nochmal einen Monitor. Und das hört sich alles sehr, sehr schwer an. Und das ist es auch. Was ist so ein Ding? Du musst, ich weiß es nicht, aber ich habe auch mal ein Interview mit einem Kameramann gelesen. Und der sagt auch, du musst körperlich extrem fit sein für diesen Job. Und wenn du mal aufpasst beim nächsten Making-of, wenn du einen Steadicam-Operator siehst, das sind sehr gut durchtrainierte Männer meistens. Die sind wirklich muskulös, weil das echt ein anstrengender Job ist. Ein ganz, ganz winziger Punkt, ohne jede Anmerkung auf meinen gesamten Notizen, sind die Darsteller. Und ihr merkt auch schon, also die Darsteller kamen bislang noch kaum zur Sprache. Einfach deswegen, weil sie halt Darsteller sind. Die machen halt das, was von ihnen verlangt wird, die spielen halt eine Rolle. Aber im Vergleich zu diesem gesamten Monstrum an Filmproduktionen haben die Darsteller eigentlich eine verschwindend geringe Rolle. Aber sie halten halt ihre Gesichter in die Kamera und kriegen dafür auch die meiste Kohle. Ja, das ist halt das. Aber solche Darsteller, die würden natürlich noch nichts aussehen. Aussehen hätte man dann nicht noch eine ganze Handvoll an Jobs und Abteilungen, die ihnen dabei helfen, gut auszusehen. Allen voran Kostümbildner, Kostüm-Designer. Kostümbildner, der entwirft natürlich die Kostüme, ist klar. Die definieren halt mit dem Regisseur die Epoche. Und dann fangen sie halt an, Kleider zu produzieren. Und nach dem Motto, Kleider machen Leute, spielt natürlich auch die soziale Stellung der Hand, eine Person eine Rolle. Und anhand von einschlägigen Werken und alten Modemagazinen wird dann der Stil der anvisierten Epoche rekonstruiert. Und manchmal durchstreift so ein Kostümbildner auch Secondhand-Läden, um da so einen zeitgenössischen Stil zu finden und mit echten Accessoires quasi seine Kostüme zu kompletieren. Und auch während der Dreharbeiten muss der Kostümbildner immer anwesend sein, damit halt im Notfall auch Reparaturen vor Ort genommen werden können. Und der arbeitet auch eng mit dem Maskenbildner und dem Friseur zusammen. Und wie wir ja schon gehört haben, so ein Kostüm machst du nicht nur einmal, sondern viele Male. Du machst es halt zum Beispiel schon mal für die Stand-Ins, für die Licht-Doubles und für die Stunt-Leute. Also dreimal, mindestens. Mindestens schon dreimal, wenn nicht dann auch nochmal das Kostüm in mehreren Zuständen. Ja. Wenn es im Laufe eines Films in Mitleidenschaft gezogen wird, dann machen wir auch diese Zustände aber auch dreimal. Und so multipliziert sich das Ganze. Und ich habe bestimmt auch einen vergessen. Ich weiß zum Beispiel, Herr der Ringe hat auch noch, also nicht nur Stand-Ins und Stunt-Leute gehabt, sondern auch Darsteller für die Hobbits. Also das waren kleine Leute, Kleinwüchsige, die halt genommen wurden für weiten Aufnahmen. Sieht man aber auch. Ja, und dann brauchten sie halt auch nochmal Kostüme, halt in kleinen. Dann gibt es da natürlich auch wieder eine weitere Abteilung, nämlich der Garderobier, also der Wardrobe Supervisor, wie es im Englischen heißt. Und der pflegt halt die Garderobe der im Film eingesetzten Kostüme unter Leitung des Kostümbildners. Und der, ja, weil eben die Kostüme, wie schon angesprochen, in mehrfacher Ausfertigung zur Verfügung gehalten werden müssen. Der muss auch genau wissen, wo es hängt, wenn es gebraucht wird, wem es gehört. Und der kauft auch nach Vorstellungen des Kostümbildners die Kleidung und die Accessoires ein, halt auch die Stoffe und so weiter. Und während der Dreharbeiten steht er auch da und bügelt Falten und fliegt halt Löcher und sowas. Und der ist auch in seiner Verantwortung, alle Kostümdetails in der Szene zu dokumentieren. Also notwendigerweise vielleicht auch Fotos zu machen, Notizen zu machen, damit das richtige Outfit für Anschlussszenen gewählt werden kann. Weil, wie du ja vielleicht weißt, die Szenen ja mitnichten chronologisch gefilmt werden, sondern oftmals sehr sprunghaft. Und da musst du ja trotzdem irgendwie gewährleisten, dass immer alles zusammenpasst. Gibt es auch noch einen ganz wichtigen Job, der das macht. Kommen wir noch zu. Und ja, meistens gibt es einen Garderobier und eine Garderobiere am Set. Für die Damen. Ja, die entsprechend die Darsteller oder die Darstellerin betreuen. Dann gibt es natürlich den Maskenbildner, den Make-up-Artist, der zuständig für die kosmetische Veränderung der Schauspieler ist. Und seine Bandbreite reicht von möglichst vorteilhaften, in Anführungszeichen natürlichem Aussehen der Schauspieler bis zur Verwandlung eines 20-Jährigen in einen Kreis oder umgekehrt. Heutzutage macht man das schon viel digital, aber der liest halt auch das Drehbuch und wirft das Make-up der Darsteller in Absprache mit dem Regisseur und dem Kameramann, weil die Maske ja in den visuellen Kontext des Films passen muss. Einer der besten Maskenbildner meiner Meinung nach ist der, der damals Friends gemacht hat. Und da gibt es auch immer diese Rückblenden-Episoden, wo sie ja, weiß ich nicht, so zehn Jahre früher sind. Und wenn du dir die mal anschaust, die sind richtig, richtig gut. Ja, es ist auch, kennst du Stan Winston? Ja. Der war Make-up und Creature-Effekt. Bei Hansen, oder? Hat er gelernt, der hat bei Jim Hansen gelernt, ja. Ja, und ja, der hat halt, der benutzt halt eben Cremes auch für plastische Veränderungen, halt auch Latex, Gummi, Stoffprothesen, Filmblut, das ist alles sein Metier. Und da kann er halt Wunden simulieren und Maßmenschen kreieren, ja. Und der Maskenbilder muss halt wie der Friseur für Reparaturen auch immer am Set sein, wenn die Maske irgendwie einen Riss kriegt und so. Ja, und oftmals sieht man ja auch, je nach wie aufwendig die Masken sind, sitzen die Darsteller teilweise fünf, sechs, sieben, acht, zehn Stunden in der Maske, bevor sie überhaupt mit Tränen anfangen. Ja. Dann gibt es natürlich den Friseur, den Hairstylist, der die Frisur eines Darstellers für die Charakterisierung seiner Rolle mindestens, der die Frisur ebenso wichtig ist wie seine Garderobe oder das Make-up. Und der kümmert sich halt auch um die Haarschnitte, um Styling, die nötigen Haarteile, die Perücken und er arbeitet halt auch eng mit Maskenbildnern und Kostümbildnern zusammen, ja. Und der ist auch immer anwesend, weil halt wenn mal ein Härchen verrutscht auf dem Haupt eines Darstellers, dann wird das natürlich auch sofort wieder frisiert und mit Haarsprä fixiert. Dann kommt ein Posten, der auch nicht ganz unwesentlich für den Look eines und den Stil eines Films verantwortlich ist und das ist der Produktionsdesigner, männlichen Production Designer. Auch ein Oscar-Posten, Best Production Design, wenn ich dich. Und der ist der künstlerische Gestalter des Filmprojekts und trägt die Verantwortung für den optischen Gesamteindruck. Früher nannte man den in Deutschland den Bühnenbildner oder den Ausstatter. Der setzt die Ideen des Regisseurs in dreidimensionale Bauten um, ja. Und als Chef der Ausstattungsabteilung ist er der Vorgesetzte des Art Directors, hast du auch schon mal gehört. Und der Produktionsdesigner arbeitet eng mit dem Kameramann und den Kostümbildnern zusammen. Und die Ausleuchtung und die Kamerabewegungen haben natürlich auf dem von ihm entworfenen Set wesentliche Auswirkungen. Also der muss natürlich schon seine Sets so designen, dass sich die Kameraleute bewegen können und die Beleuchtung ihre Beleuchtung unterbringen. Und natürlich müssen auch die Kostüme im Stil und in der Farbgebung mit der Dekoration der Sets korrespondieren. Also Production Designer ist ein ganz, ganz richtiger Job, direkt gefolgt vom Art Director. Und der heutige Produktionsdesigner wurde früher Art Director genannt, ja. Das war früher im Prinzip ein Synonym. Aber der Produktionsdesigner, der ist halt die verantwortliche Position in der Abteilung und der Art Director in der jetzigen Bedeutung ist sein erster Assistent. Ja, früher war es der Set Designer, heute heißt es halt Art Director. Das ist quasi der Assistent des Production Designers. Und der überwacht halt die Ausführung der Farb- und Oberflächenmuster, die Ausführung der Pläne und des Produktionsdesigns. Sein Assistent baut maßstabsgetreue Modelle der Sets zur Planung der Dreharbeiten. Der Art Director assistiert beim Entwickeln von Ideen zur Oberflächengestaltung und zu architektonischen Details. Ja, was braucht man denn alles zum Bauen? Holz, Steine, Lehm. Ja, an Leuten, an Human Resources. Viele. Ja, man braucht mal einen Kulissenbauer. Construction Coordinator. Und der ist halt verantwortlich für die Ausführung der Pläne des Produktionsdesigners und der hat halt so eine Construction Crew, so ein Team, die halt für den Kulissenbau zuständig sind. Und der erstellt halt künstliche Wände und spezielle Möbel und der muss sich halt auch ein bisschen an das Budget halten, logischerweise. Der kann jetzt nicht einfach, was weiß ich, alles mit Blattgold belegen, sondern muss schon ein bisschen auf die Kohle achten. Und der braucht halt handwirkliche und organisatorische Fähigkeiten. Die Hornburg aus Herderinge 2 wurde in Teilen wiederverwertet für Minas Thiery den Herderinge 3. Ganz genau. Der macht sowas. Der plant sowas. Ja, aus Budgetgründen. Natürlich schlau. Dem unterstellt ist natürlich unter Aufsicht des Kulissenbauers arbeitet der Tischler, der Schreiner, der Carpenter auf Englisch. Und der baut halt auch die Sets, die der Produktionsdesign entworfen hat. Und dessen Arbeit beginnt aber auch schon in der Vorproduktionsphase, nachdem das Budget für das Design feststeht und genehmigt ist. Und bei Außenaufnahmen hilft der Tischler, mit Fassaden zu errichten oder Häuserfronten künstlich zu altern. Dann gibt es den Kulissenmaler, nicht zu verwechseln mit dem Matheartist. Also das ist der Scenic Artist, nennt sich der. Also unter Aufsicht des Art Directors arbeitet der in der Ausstattungsabteilung und der bemalt die Oberflächen aller Wanddekors. Der stellt Gemälderequisiten oder Skulpturen her, malt Schilder, künstliche Himmel vielleicht. Das ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Er kann aber auch Oberflächen, Sets, Kulissen und sogar Kostüme künstlich älter erscheinen lassen. Also der bemalt einfach alles. Der gibt dem ganzen Patina. Dann gibt es den Innenrequisiteur, den sogenannten Set-Decorator. Das wäre übrigens auch ein geiler Job oder Set-Dresser genannt. Und der untersteht ebenfalls dem Produktionsdesigner und dem Art Director und kümmert sich um die Möbelausstattung am Drehort oder im Studio. Der sorgt für die Requisiten, die rumliegen, die nur zur Atmosphäre beitragen. Alles, was du siehst in dem Bild. Ja, ist alles geplant. Guck dir mal sowas wie Harry Potter an. Ein Traum für jeden Set-Decorator. Ja, klar. Was da rumliegt im Hintergrund. Und diese Dinge, die der ausstattet, die sind halt nicht im Zentrum der Handlung. Der spricht sich mit dem eigentlichen Requisiteur ab. Den gibt es auch nochmal. Also Innenrequisiteur und einem Requisiteur. Und auch mit dem Kameramann muss er sich einigen, wenn es darum geht, Kamerapositionen mit der Platzierung der Möbel in Einklang zu bringen. Er kann ja nicht alles zubauen. Und dann gibt es halt noch den Requisiteur und den Requisitenhersteller, den Property Master und den Property Maker. Und die bauen halt dann Requisiten, die im Film tatsächlich benutzt werden. Also Bücherregal, wenn mit Büchern gefüllt ist, so kann man sich das am besten merken. Die der Akteur nicht berührt, dann ist es Innenrequisiteur, also Set-Decorator. Und wenn er sie berührt, ist es Property Master oder Property Maker. Vordergrund und Hintergrund. Genau. Also wenn der Akteur quasi das Buch aus dem Regal nimmt, dann muss der Requisiteur dafür sorgen, dass es sich halt nicht um eine Ertappe handelt. Ja, okay. Auch hier gibt es wieder jede Menge Helferlein. Auch hier heißen die Grips. Minions. Minions. Nennen wir sie Minions. Nennen wir sie Minions. Gelb und Blau. Zusätzlich gibt es noch sogenannte Bühnenarbeiter. Die kennst du vielleicht auch aus deiner Zeit als Bandmitglied. Werden auch Höhenarbeiter genannt und werden Rigger genannt. Ich kenne sie nur als Stagehands aus meiner Aktivität. Nee, Rigger, die sind tatsächlich auch, helfen auch beim Auf- und Abbau, sind aber tatsächlich für die Höhenarbeiten eher gedacht. Also wenn es halt hoch hinaus geht, Licht irgendwo auf Hänge. Ja, dann haben wir schon so ziemlich die ganzen handwerklichen Gewerke durch. Fehlt noch was? Ja, wir hören noch nichts, ne? Stimmt, die Tonmeister. Wir haben noch einen Tontechniker an Bord, den Sound Engineer, wie es im Englischen heißt. Und der nimmt den Originalton auf. Und selbst wenn man wirklich häufig davon ausgehen muss, dass bei Außendrehs der Ton durch Störquellen außerhalb der Kamera beeinträchtigt wird, wird grundsätzlich immer der Originalton mit aufgenommen, damit er eben später als Arbeitstonfassung, als Referenz vorliegt. Grundsätzlich, ja. Und der verwendet halt Mikrofone mit unterschiedlichen Richtcharakteristiken, je nachdem wie weit er halt weg sein muss, je nach Bildeinstellung. Und bedient auch die Aufzeichnungsgeräte. Ja, der ist bei allen Proben dabei und der muss sich auch mit dem Kameramann natürlich absprechen und dem Oberbeleuchter, damit die Ausrüstung sich nicht gegenseitig im Weg steht. Und wenn der Tontechniker bei einer Einstellung Störgeräusche mit aufzeichnet, dann führt das in der Regel zu einer Wiederholung der Aufnahme. Also Störgeräusche im Sinne von irgendjemand quatscht rein. Deswegen ist da immer absolute Ruhe am Set, in dem Moment, wo der Regisseur Action ruft. Der hat auch wieder einen Assistent. Wer nicht? Das ist der Tonassistent, im Englischen der Boom Operator. Boom Operator ist super. Und der trägt halt oder hält bei der Aufnahme am Drehort die sogenannte Angel oder den Galgen. Auf Englisch heißt das Ding Boom. Das ist so ein langer Stab, an dessen Ende quasi das Mikrofon befestigt ist, mit dem man die Dialoge der Darsteller aufnehmen kann. Früher hat man es noch hin und wieder mal gesehen bei schlechten Filmproduktionen, die in den Bildausschnitt reingeragt sind. Und du darfst das nicht unterschätzen, was für ein anspruchsvoller Job das ist. Ja, weil du lange stehst, lange hältst und das hat auch ein bestimmtes Gewicht wahrscheinlich. Also du musst, es gibt spezielle Techniken und du musst wirklich auch ein Gespür dafür haben, wo du dein Mikro noch hinhalten darfst und wo nicht mehr. Du musst Bewegungen der Darsteller stets folgen, je nachdem welches Mikro du hast. Und du musst immer darauf achten, außerhalb des Bildausschnitts zu bleiben. Weil sonst heißt es Cut und der ganze Take muss nochmal gemacht werden. Nur wegen deiner blöden, wegen deinem blöden Mikrofon. Und das wird, glaube ich, nicht gern gesehen. Nein, da ziehst du dir mit Sicherheit den Zorren diverser anderer Abteilungen auf sich. Ja, ja. Dann, ich habe es mal kurz erwähnt, es gibt noch einen ganz, 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 ganz wichtigen Posten in dieser ganzen Filmproduktion, die kein Mensch kennt, aber einen enorm wichtigen Job hat und zwar das sogenannte Script Girl. Das Script Girl, das im Englischen nennt sich der Posten auch Script Supervisor. Und der wird halt traditionellerweise von Frauen ausgeübt, deswegen Script Girl, da gibt es jetzt kein Script People oder sowas. Und die führt tatsächlich ein äußerst detailliertes Protokoll aller Aktivitäten am Drehort. Jede kleine Änderung in den Aktionen der Schauspieler, ihrer Position zur Kamera, ihrer Dialoge wird genau vermerkt. Denn für die Anschlussszenen ist es eminent wichtig, auf die Änderungen reagieren zu können. Die guckt halt auch, wo stand der, wie stand der, wie hat er geguckt, wie war die Kamera positioniert, die dokumentiert das haarkleiner. Auch die Anzahl und Dauer der Einstellungen, die Art der Kamerabewegungen, die benutzten Objektive und Filter werden exakt aufgeschrieben. Dem zweiten Assistenten des Kameramanns teilt sie die Nummer der zu drehenden Einstellung mit, die auf der Klappe notiert wird. Das Protokoll des Script Girls ergibt die entscheidenden Aufzeichnungen, wenn man den Verlauf des Drehs nachvollziehen will. Das sind dann quasi die Unterlagen, die eminent wichtig sind für, ach jetzt hatte ich es gerade, Script and Continuity. Ja genau, die ist eigentlich derjenige oder diejenige, die hauptsächlich für die Kontinuität verantwortlich ist, damit die Szenen aneinander passen. Es gibt immer wieder Filmfehler, die, was weiß ich, der Held läuft in einem, in einer Einstellung mit sauberem Hemd rum, im nächsten ist es dreckig oder erstens dreckig und das ist plötzlich wieder sauber. Da hat das Script Girl geschlafen. Ganz genau, das sind typische Kontinuitätsfehler, wie man so schön sagt und ja, hat das Script Girl gepennt. So, das waren jetzt nochmal die wichtigsten, je nach Art des Films gibt es noch ein paar, die überfliege ich jetzt einfach nur mal kurz, damit man sie mal gehört hat. Es gibt einen Aerial Photographer für die Luftaufnahmen. Es gibt eventuell einen Animal Handler oder Animal Trainer, wenn Tiere am Set sind, Tierbetreuer, Tiertrainer. Es gibt einen Atmospheric Effects Specialist, der für Klimaeffekte zuständig ist, Regen, Nebel, Schnee, Wind. Es gibt eine Chaperone und zwar eine Aufsicht für minderjährige Darsteller. Es gibt eben den DGA, die DGA Trainees, also die Regiepraktikanten der Directors Guild of America. Es gibt eventuell einen Mechanical Effects Designer, der mechanische Effekte designt. Star Wars zum Beispiel rühmt sich ja viele Kreaturen und Effekte mechanisch und nicht digital. Da hast du wieder so ein Mechanical. Dann gibt es einen Miniature Designer, der Miniaturen baut, falls die zum Einsatz kommen. Was ich minastiere, Totale ist eine Miniatur. Anflug auf den Todesstern in Star Wars, Miniatur. Wird auch wahrscheinlich immer unbedeutender durch die Digitalisierung. Dann gibt es halt einen Modelmaker, der halt eins zu eins größere Modelle baut. Es gibt, und das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, es gibt einige dieser Gewerke, vor allen Dingen auch wenn es um den Bereich Kamera und Beleuchtung geht, in einer sogenannten Second Unit. Second oder gar Third Unit ist ein zweites oder gar drittes Drehteam für Szenen ohne Schauspieler. Ach, das ist für ohne Schauspieler. Genau. Die arbeiten oftmals nur mit Stuntleuten zusammen, machen atmosphärische Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen, Totalen, wo man halt keine echten Schauspieler braucht. Da ist meistens der Second Unit Director. In die Circus beim Hobbit. Ganz genau, am Start, der halt dort Regie führt. Dann gibt es halt auch noch einen Special oder Visual Effects Coordinator, der halt für die Koordination der Spezialeffekte verantwortlich ist, gewinnt halt auch immer mehr an Bedeutung, vor allem bei irgendwelchen großen Blockbustern, wo es halt dann, ja, da geht es um die Koordination aller, es gibt halt mechanische Effekte, es gibt digitale Effekte, es gibt Wettereffekte, es gibt pyrotechnische Effekte und irgendjemand muss das alles koordinieren, dass es hinterher auch gut aussieht. Das war's. Also, sind nicht wenige. Sind noch nicht alle, aber sind schon gut viel. Nein, wir waren jetzt nur in der Principal Photography bei den Dreharbeiten. Und ihr seht schon, da ist einiges dahinter, da ist einiges zu tun. Und so Dreharbeiten gehen ja in der Regel über mehrere Monate, meistens so ein halbes Jahr, können sich aber auch länger hinziehen, je nach Umfang des Films natürlich. Und dann landen wir natürlich hoffentlich, wenn die Filmgötter es so wollen, irgendwann mal in der Nachproduktion der sogenannten Post-Production. Und das Wichtigste, was natürlich in der Post-Production stattfindet, ist der Filmschnitt. Und dadurch wird der Film halt strukturiert und bildet eine der letzten Phasen des gesamten Entstehungsprozesses. Und da kommen halt auch wieder ein paar Jobs ins Spiel, nämlich, wie du schon bemerkt hast, im Deutschen der Cutter, im Englischen der Editor. Und der bringt eine Auswahl aus den vielen tausenden Aufnahmen in eine dramaturgische Ordnung, wie es so schön heißt. Und das auf der Leinwand sichtbare Resultat ist entscheidend von seinen Fähigkeiten abhängig. Und sobald das Material des ersten Drehtages zur Verfügung steht, fängt er schon mit seiner Arbeit an. Wow. Der legt nämlich Bild- und Tonsynchron an, der unterteilt die Aufnahmen in einzelne Szenen und überprüft ihre technische Qualität. Das heißt, der kann dann schon nochmal sagen, pass auf, ich habe ja im Schnitt gesehen, da passt was nicht. Der wählt aus dem Filmmaterial des jeweiligen Tages, das man übrigens Dailies oder Rushes nennt, falls du den Ausdruck schon mal gehört hast, wählt der zusammen mit dem Regisseur und Produzenten die Szenen aus, die für die endgültige Filmfassung in die engere Wahl kommen. Und der Beruf hat sich in den letzten Jahren fast vollständig in den digitalen Bereich verlagert. Selbst wenn du filmst, auf Film wird das Rohmaterial digital angeliefert, beziehungsweise halt auch digitalisiert, um Schnittfolgen und Varianten mit sehr, sehr, sehr viel geringerem Aufwand am Computerbildschirm halt durchzuspielen. Das ging halt früher nicht. Ja, und vor allem, du kannst dich mal nicht schnell einfach verschneiden. Genau. Weil dann ist es halt rückgängig und gut. Dieser Begriff kommt halt einfach dadurch, weil früher geschnitten wurde. Es wurden Filme, also das Negativ des Films wurde geschnitten, aneinandergeklebt. Wirklich, ja. Habe ich ja auch noch gemacht in meiner Zeit als Filmvorführer. Genau. Und ja, natürlich wird es, es sind nicht alle Kinos weltweit voll digital. Es gibt schon noch welche, die Film zeigen. Aber letztendlich wird ein digitales Produkt ausbelichtet auf einen unbelichteten Film dann und halt vervielfältigt. Natürlich hat der auch wieder einen Assistenten. Der, also damit sich halt der Cutter oder der Editor halt auf seine künstlerische Aufgabe konzentrieren kann, übernimmt halt der den ganzen Kleinkram, ja. Der muss halt synchronisieren, ordnen und katalogisieren. Also der, ja, sorgt halt dafür, dass die Aufnahmen halt auch, heutzutage wird das halt irgendwo digital abgelegt. Und der muss halt dafür sorgen, dass das auch Hand und Fuß hat, dass das eine Ordnung hat, dass der Cutter seine Szenen findet, dass das alles richtig benahmt ist, dass alles am richtigen Platz ist und zur richtigen Zeit. Und der hat wiederum… Also der Buchhalter des Schneiders. Genau. Und der hat wiederum einen Praktikanten. Natürlich. Naja, also so, ja, genau, so ein Absteigen der Reihenfolge. Und ein nicht unwesentlicher Teil, also ihr habt ja schon gemerkt, dass der Tontechniker oder der Toningenieur während der Aufnahmen eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle spielt, wenn man sich alles andere so anguckt, der ist halt dabei. So, der nimmt halt auf, natürlich muss Ruhe sein und so und der muss auch was können, ist ja nicht so, aber eigentlich hat man ja, habe ich ja erzählt, geht es ja nur darum, dass man erstmal so ein bisschen Ton hat. Und da unterscheiden sich, glaube ich, so die typischen Hollywood-Blockbuster ein bisschen von eher unabhängigen Produktionen, die sehr viel Originalton verwenden. Aber in der Regel ist es so, dass halt wahnsinnig viel nachvertraut wird. Und da kommen also im Nachhinein kommt der Ton und die Jobs dann in der Hinsicht auch viel mehr zum Einsatz. Da gibt es halt den Tonmeister, der Supervising Sound Editor. Und der ist halt der leitende Tontechniker und ist für den gesamten Ton des Films außer der Musik zuständig. Das heißt, er stimmt die Dialoge mit den Geräuschen ab. Und der muss schon vor den Dreharbeiten natürlich mit dem Tontechniker die Aufnahmen planen. Eventuell brauchst du ja auch zusätzliche Geräusche vom Set schon, zusätzlich zu den Dialogen. Und der stellt halt für den Rohschnitt des Films schon mal so eine vorläufige Tonfassung zusammen, dass halt der Cutter schon mal irgendwas hat, mit dem er halt akustisch arbeiten kann. Und die Fassung enthält halt meistens auch vorläufige Musik. Das ist auch geil. Also da gibt es so Platzhaltermusik. Bang & Hill. Ja, wo halt, keine Ahnung, du kennst das ja, wir kennen das aus Trailern, dass manchmal bei Trailern einfach keine eigene Musik komponiert wird, sondern halt Musik, die es schon gibt. Two Straps from Hell zum Beispiel. Genau, und die wird auch oftmals in der Schnittfassung halt schon verwendet, in der ersten, damit schon mal Musik drin ist. Und anhand derer kann dann halt der Regisseur entscheiden, wie die endgültige Fassung ungefähr klingen soll. Und wenn alle Tonspuren aufgenommen sind, dann macht der Tonmeister eine Schnittliste, eine sogenannte Cue Sheet. Die dem Tonmischer dann exakt vorgibt, wo und wie lange jedes Geräusch eingesetzt wird. Und auch die Lautstärke der Ein- und Ausblenden werden dann vorgegeben. Das ist ganz genau vorgegeben, wie das zu klingen hat. Dann gibt es natürlich, wie schon angesprochen, den Tontechniker, den Recording Engineer, der für die Aufnahme von Geräuschen und Dialogen im Studio zuständig ist. Der hat einen großen Mischpult, oder? Genau, es gibt den Tontechniker vor Ort, den Toningenieur vor Ort. Und dann gibt es den im Studio, der halt im Studio dann die Geräusche und die Dialoge aufnimmt. Und der sorgt auch für die korrekte Platzierung der Mikrofone. Und er achtet halt darauf, dass die Darsteller laut und deutlich sprechen, dass das alles passt. Dann gibt es einen meiner Lieblingsjobs, den Geräuschemacher. Das ist cool. Der Foley-Artist. Ach, das ist ein Foley-Artist. Der Geräuschemacher oder Geräuschetechniker verfügt über ein Studio voller Requisiten, mit dem er Geräusche simuliert, während er sich die Szene ansieht. Er liefert die ganze Bandbreite von einfachen Schritten bis zu komplexen Autounfall-Infernos, das dann von einem Tontechniker auf 20 oder mehr Spuren zusammengemischt wird. Die Bezeichnung Foley geht auf einen Toncutter des Universal Studios namens Jack Foley zurück, der das System entwickelte, Geräusche wie Türenklappen und Schritte erst nach dem Drehen aufzunehmen. Wenn ein ganzer Berufszweig nach dir benannt wird, ist ja geil. Dann im Studio können diese Effekte unter idealen Bedingungen aufgenommen werden und sind nicht wie im Drehort Störgeräuschen ausgesetzt. Das ist der Grund. Und wenn Schauspieler ihren Text im Studio nachsynchronisieren müssen, gehen auch die Geräusche des Originaltons verloren. Sofern welche hattest und müssen ebenfalls neu aufgenommen werden. Das heißt, alles ist Fake. Ja, Großteil zumindest. Wie schon angesprochen, gibt es natürlich die Synchronisation und das Voice-Casting. Das heißt, die Stars müssen halt zum Teil selbst im Tonstudio vorstellig werden und schlecht gelungene Originaltonpassagen nachsynchronisieren. Bei manchen Filmen ist das grundsätzlich gängige Praxis. Und bei den vielen Nebendarstellern wäre das natürlich unwirtschaftlich. Ja. Und deswegen gibt es sogenannte Additional Voices oder auch ADR Voices genannt. Hast du auch schon mal gelesen, sicher? Die die kleinen Sprechrollen in der englischen Originalfassung synchronisieren. Das sind ja quasi gar nicht die Extras, die dabei sind. Naja, das sind kleine Sprechrollen, aber die werden nochmal nachsynchronisiert, wenn sie halt... Wo man halt nicht weiß, wie die eigentlich klingen. Genau, man weiß nie, wie die klingen. Die werden einfach übergebügelt, übersynchronisiert. Auch geil. Und diese ADR Voices, diese Additional Voices, die werden auch wie die Darsteller vom Besetzungschef organisiert, engagiert. Ja, was haben wir noch Schönes? Was fehlt uns noch? Wir haben jetzt Geräusche, wir haben Dialoge. Effekte haben wir noch. Ja, das zählst du den Geräuschen. Also visuelle Effekte meine ich. Nein. Ja, visuelle... Special Effects. Special Effects habe ich jetzt gar nicht so behandelt. Ist natürlich mit ein Teil, den würde ich aber ganz stark mit in den Produktionsprozess reinziehen. Also, dass der jetzt nicht mit dabei ist, das ist wahrscheinlich auch meiner Quelle ein bisschen geschuldet, die schon ein bisschen älter ist. Aber ja, du hast natürlich recht, läuft mit Sicherheit auch noch ein Großteil in der Post-Production. Ja, das sollte man sicher nicht unerwähnt lassen. Nein, ich meinte die Musik. Naja, das war ja. Da gibt es halt den Komponisten, den Composer. Und die Untermalung des Films ist halt neben dem Schnitt und dem sonstigen Ton natürlich auch einer der wichtigsten Punkte in diesem... Oder einer der letzten wichtigsten Schritte in diesem ganzen Produktionsprozess. Im günstigsten Fall setzen sich halt der Komponist und der Regisseur schon zu Beginn der Vorproduktion mal zusammen. Und wenn sich halt die ersten Konturen des Films abzeihen, um dann halt zu bestimmen, wie der Stil halt sein soll. Aber die Komposition entsteht halt erst, wenn der Film geschnitten ist. Ist ja klar. Also die ganzen Stücke, die müssen ja irgendwie reinpassen in den Schnitt. Und Komponist und Regisseur, die sehen sich halt die Schnittfassung gemeinsam an und bestimmen dann halt die Szenen, die Musik bekommen sollen und welche halt nicht. Und dann halt auch, welche Richtung da angebracht ist. Häufig dirigiert halt auch der Komponist das Orchester selber. Das ist sehr, sehr häufig der Fall, mit dem dann die Musik eingespielt wird. Und der hat dann zur Kontrolle immer, hast du auch schon mal gesehen, das Filmbild mit Timecode vor sich. Da gibt es in dieser, dort wo halt aufgenommen wird, in diesem Saal, oftmals halt eine große Leinwand, wo der Film mitläuft. Meistens im Rücken des Orchesters. Ja, macht auch Sinn. Sichtbar für den Dirigenten, sprich dem Komponisten. Dann muss natürlich auch die Musik geschnitten werden. Da gibt es dann wieder einen Music Editor oder den Musik Cutter, wie es im Deutschen heißt. Und der kommt halt zu, der darf halt dann ran, wenn die endgültige Schnittfassung des Films feststeht. Und gemeinsam mit dem Regisseur und dem Komponisten legt er dann fest, welche Stellen der Musik halt unterlegt werden, welche Momente musikalisch intensiviert und welche Stimmungen hervorgehoben werden sollen. Und der überwacht die Einspielung der Musik und schneidet anschließend den Soundtrack. Und als Assistent des Komponisten bereitet der ein sekundengenaues Schnittprotokoll des Films vor, um exakte Längen der Musiksequenzen zu gewährleisten. Also der sagt dann genau, der muss jetzt genau zwölf Sekunden und fünfundestel lang sein in dieser Part, damit er da reinpasst. Voraussetzung ist eine musikalische Ausbildung. Kannst du nicht einfach so mal eben machen, nicht so wie Stand-In. Nee. Und deswegen hilft er häufig auch beim Komponieren. Und während der Dreharbeiten arbeitet er auch mit dem Toningenieur zusammen und die fertigen Tonaufnahmen werden schließlich zum Musik-Soundtrack auf einer Tonspur oder auf mehreren auch zusammengeführt. Dann gibt es halt auch nochmal einen Orchesterleiter, ein Musician-Contractor. Und der Orchesterleiter, der stellt halt die Musiker ein, die für die Aufnahmen dann benötigt werden. Das Scores. Soundtrack ist so ein bisschen weitläufiger. Zwei unterschiedliche Sachen, ja. Ja, wird oftmals verwechselt. Ein klassischer Soundtrack ist eigentlich eher das, was man als Musik bezeichnet. Lizenzierte Musik oder vielleicht auch eigens geschriebene. Aber der klassische, die Musik mit einem Orchester eingespielte Musik, das nennt man Score. Und der untersteht dem Musik-Cutter oder dem Komponisten und der spielt auch häufig selber ein Instrument, dieser Orchesterleiter. Dann gibt es nochmal einen Aufnahmeleiter, einen Musik-Aufnahmeleiter. Der muss natürlich die ganzen Aufnahmen überwachen und die Qualität. Und der vermittelt auch so ein bisschen zwischen den Komponisten, dem Regisseur, dem Produzenten und dem Film-Cutter. Ist auch nochmal so ein Verschiebe-Bahnhof. Und der engagiert aber auch zum Teil Musiker und organisiert Aufnahmen. Ebenfalls da in diesem Prozess verankert, auch so eine kleine Kunstform geworden. So in den letzten Jahrzehnten eine ganze Zeit lang sehr unwichtig. Mittlerweile zunehmend ist das Title-Design. Das heißt, es gibt so einen Title-Designer, der entwirft halt das grafische Layout des Vor- und Abspanns. Das ist tatsächlich so ein eigenständiger Job. Und der arbeitet natürlich auch, muss mit dem Regisseur und dem Komponisten zusammenarbeiten, weil der natürlich für Vor- und Abspann auch Musik komponieren muss. Und ich gucke dir doch mal so eine Marvel-Produktion an heutzutage. Die haben keinen Vorspann mehr. Ja. Aber einen meistens sehr künstlerisch gestalteten Abspann. Und da kommt der ins Spiel. Mhm. Und seine Leute, ne? Ganz am Ende. Und das ist eine der zentralen Figuren im Prozess der Nachproduktion, ist der Tonmischer, der Re-Recording-Mixer. Und jetzt kommt ein Bild ins Spiel, das du sicher schon mal gesehen hast. Es sitzen eine ganze Menge Leute in einem Raum mit einer Leinwand, mit super tollen Boxen und einem mega Mischpult vor sich und einer großen Leinwand, auf dem der Film läuft. Und dann wird nachgemischt. Diese Schieberegler bewegen sich wie von Geisterhand, diese Fader, das ist unser Auto-Fader. Aber das ist quasi der Posten des Re-Recording-Mixers, der halt, wenn der Film fertig geschnitten ist, der muss diese unzähligen Tonspuren, 50, 60, 100 Tonspuren und mehr, auf denen Dialoge, die natürlichen Geräusche, die künstlichen Geräusche, die mehrkanalige Musik daherkommt, die muss der ausbalancieren. Ausbalancieren, genau. Das ist richtig übel. Und der muss das richtige Launch-Stärken-Verhältnis gegeneinander ausbalancieren und erstellt daraus einen Master. Und bei mehrkanaligem Ton müssen sogar entsprechend links, rechts, vorne, hinten, oben, unten, akustisch korrekt zum Filmbild auch noch abgemischt werden. Das ist also ein Höllenjob. Ja, das stelle ich mir auch nicht. Auch ein Sound-Design ist ein Oscar, glaube ich. Und der Tonmischer manipuliert bei Bedarf auch nochmal die Originalgeräusche, wenn die nicht so hundertprozentig passen, sodass zum Beispiel eine Stimme so klingt, als kämen sie aus dem Telefon oder irgendwie aus einer Höhle oder so. Das macht der noch. Und meistens sind eben bei dieser zeitraubenden Entmischung der Regisseur, der Produzent, der Cutter, der Tontechniker, der Music-Cutter und deren Assistenten anwesend. Und das ist eben so dieses Bild, das man kennt, wenn alle schon eh am Arsch sind von der, ich erinnere mich da an Herr der Ringe oder Hobbit, wo dann alle schon kurz vor der Premiere unter Zeitdruck noch diese Tonabmischung fertig machen. Ja, die raubt viel Zeit, glaube ich. Genau. Richtig viel. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende meiner, also des Entstehungsprozesses eines Films. Also mit dem abschließenden Mix, also mit dem Tonmix, ist der Film eigentlich fertig. Nur, dann kennt ihn noch keiner. Das ist richtig. Ja. So, jetzt hat sich natürlich das Marketing in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen verselbstständigt. Das liegt natürlich viel an den sozialen Medien. Aber nichtsdestotrotz würde halt der beste Film im Kino versauern, wenn die Öffentlichkeit nichts davon mitkriegt. Und es gibt halt einfach ausgeklügelte Werbestrategien. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen. Da könnte man nochmal einen eigenen Podcast füllen zum Thema Marketing. Und das ist untrennbar mit dieser ganzen Filmproduktionsgeschichte verbunden. Das läuft an, wenn sich Regisseur und Drehbuchautor gefunden haben, Regisseur und Kameramann für ein Projekt gefunden haben, findest du schon erste Meldungen. Das gehört alles schon zum Marketing. Und auch ein wichtiger Teil des Marketingteams ist beispielsweise auch immer so ein bisschen andere Verleiher im Auge zu behalten. Was bringen denn die so raus? Wann bringen die das raus? Wann ist denn der Starttermin oder ein günstiger Starttermin für meinen Film? Ja, es gab mal, kennst du Deep Impact? Ja. Ein Film über Meteoriten. Kennst du Inferno? Mhm. Auch ein Film über, ein Naturkatastrophenfilm. Und es gab Armageddon. Ja. Ja, und die haben sich irgendwie, war das so eine Asteroid, ja, ich meine jetzt eigentlich eher Armageddon und Deep Impact, aber die haben sich so, die haben so ein bisschen konkurriert damals. Ja, stimmt. Und Armageddon ist da deutlich besser weggekommen. Ein zweites Beispiel noch, du kennst H.P. Lovecraft? Ja. Diesen Horror-Auto aus dem 19. Jahrhundert. Call of Cthulhu und so. Call of Cthulhu, genau. Und der hat ja auch die Berge des Wahnsinns, Mountains of Madness geschrieben und das sollte von Guillermo del Toro verfilmt werden. Vor ein paar Jahren wurde nicht realisiert, weil nämlich zeitgleich Prometheus gedreht wurde. Und es geht ja bei den zwei Storys so um ähnliche Themen, der Ursprung der Menschheit und lauter solche Geschichten. und naja, Prometheus hat halt gewonnen, sage ich jetzt mal. Ridicent Scott hat natürlich da die Oberhand behalten, aber soll jetzt tatsächlich noch stattfinden. Also in Mountains of Madness heißt es jetzt doch, dass er irgendwann noch kommt. Ah, okay. Naja, es gibt, glaube ich, schon nochmal einen kleinen Unterschied zwischen, ein Projekt wird erstmal eingefroren, weil es ein Konkurrenzprojekt gibt oder Projekte laufen und suchen sich einen Starttermin aus. Ja, und das ist, glaube ich, auch der, der, wer zuerst kommt, malt zuerst. Ja. Und wer dem Erekole hat. Und das ist, glaube ich, aber auch mit ein Grund. Das Marketing muss sich auf einen Starttermin festlegen, der halt, sage ich mal, die Einspielergebnisse begünstigt, setzt dadurch natürlich die gesamte Produktion unter Druck. Ja, also das ist so. Auf der anderen Seite, wenn du zu lange wartest, kann es sein, dass der designierte Starttermin weg ist, weil irgendein anderer Blockbuster eines anderen Studios anläuft und du guckst mit dem Ofen wohl ins Gebirge oder verzögert sich das Projekt um ein halbes Jahr, weil du es dann zu Weihnachten bringen willst. Was natürlich mit in diesen Marketingprozess einfließt, das ist ein Job, den ich schon erwähnt habe, das ist dieser Still-Photographer, diese Standfotos vom Set, die werden oftmals halt gestreut, teilweise auch gezielt von den Stars über Social Media. Also die werden diese Fotos, die die da machen, aber auch so nicht glauben, dass die einfach so mit ihren Handys da rumfotografieren dürfen. Oftmals merkt man ganz, ganz deutlich, so kurz nach dem Start eines Films dürfen die dann ihre privaten Fotos tatsächlich raushauen. Und ansonsten sind das wirklich so digital, also weitergegeben vom Still-Photographer und dann darf halt mal der Star eins veröffentlichen und mal der Star eins veröffentlichen und also diesen Social Buzz quasi zu füttern. Ja, und was auch immer mehr, und das ist jetzt der letzte Punkt in der langen, langen Reihe an Marketingstrategien auch immer wieder zu tragen kommt, ist natürlich die Presse-Tour der Darsteller und die damit verbundenen Premieren. Früher war das halt eine, früher hat man halt eine einzige große Premiere, meistens halt in Hollywood, in L.A. irgendwo gemacht. Mittlerweile sucht man sich da schon strategisch, auch über den Globus verteilt. Welttournee. Genau, weil es ist halt dann oftmals nicht, also Premierentermine halt verteilt über den Globus und macht dort einen ganz pompösen Akt, weil man halt auch gemerkt hat, dass natürlich neben all den Dingen, die wir heute so gehört haben, vor allem die Stars untrennbar mit diesem Werk verbunden sind und ein mächtigeres Marketinginstrument als deine Stars kannst du nicht haben. Nee. Und warum sollte man das nicht einsetzen? Und die werden tatsächlich, das ist, ich glaube, oder ich weiß, dass es sehr ermüdend ist. Das ist ein Spießrutenlauf. Mit dieser Presse-Tour gehen halt nicht nur tolle, rauschende Premierenfeiern einher, sondern auch endlose Interviews. Heute hier, morgen da, 1.000 Selfies, 100.000 Autogramme und natürlich kann man dann jetzt sagen, wie sagt man im Englischen, so schön comes with the territory. Also wenn du halt eine Schauspielkarriere und Ruhm und Erfolg anstrebst, dann ist das halt so, dann musst du das mitnehmen. Und dafür verdienen sie halt auch gut genug. Genau, genau. Aber ich weiß schon, das vergisst man, glaube ich, manchmal so ein bisschen. Ich will jetzt nicht irgendwie Stars in Schutz nehmen, aber da heißt es immer, die stehen ja nur vor der Kamera und manche können sehr gut schauspielen, ja. Aber dann ist ja deren Schuldigkeit getan, ist es aber nicht. Also ich glaube, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, ein bekannter Filmstar, ist kein leichter Job. Nein, ist es auch nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Also das ist echt ermüdend. Knochenjob, ja. Bevor wir zu unserem Fazit kommen, ich habe noch ein, ich habe es mir nicht notiert, ich habe es vergessen, aber ich habe noch eins für dich, weil ich fand es auch so interessant und ich wüsste nicht vorenthalten, das ist ganz kurz nur, weil man so oft den Absperren liest und sich immer fragt, was zur Hölle soll das heißen? Hinter Cuttern, die Schneiden steht oftmals ein Kürzel. Weißt du welches? Äh, gerade nicht. Äh, A-C-E. A-C-E. Ja, ja, ja. Ace. Ace. Ace, ja. A-C-E. Das sind die, das sind die American Cinema Editors. Das ist auch so eine Gilde. Das ist ein Verband. Aha. Ja. Es gibt, ähm, es gibt auch noch die, die A-C-S. Das Kürzel, das sind die Australian Cinematographer Society. Und dann gibt es noch, ähm, ja, ähm, es gibt noch die A-C, gibt es auch noch, das ist die American Society of Cinematographers. Also das sind so diese Kürzel, die man immer liest. Und das sind im Prinzip halt, ähm, Cutter und Kameramänner, die einer, äh, einem Verband angehören. Mhm. Organisiert sind sozusagen. PGA gibt es ja auch, das wird dann die Photographer Guild of America sein wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Das sieht man auch, glaube ich, oft. PGA, glaube ich, war es. Ja. Gut möglich, habe ich jetzt nicht. Das sind, das sind so Vereinigungen quasi, in denen der drin ist. Ja. Verstehe. Dann wäre ich tatsächlich am Ende. Es war erschöpfend, es war ausführlich. Aber es war sehr interessant. Vielen Dank, Marco, für die sehr, sehr ausführlichen, äh, Ausführungen. Ja, das geht normal nicht schnell. Ja, eh, ist klar, die Filmproduktion dauert auch lang. Ja. Genauso auch eine so hervorragende Podcast-Produktion. Ja. Nee, war sehr interessant. Waren wir denn einen Ticken schlauer? Ja, ich habe, ähm, vielleicht für alle Interessenten, ähm, meine Quellen. Ich habe jetzt zwar in den Show Notes ein paar, werden ein paar verlinkt. Das sind digitale Quellen. Meine Hauptquellen waren aber zwei Bücher. ganz analog. Ganz analog, was jetzt die Recherchearbeit nicht erleichtert hat, aber ein unschätzbarer Fundus an Wissen ist. Und zwar gibt es, ähm, ein bisschen älter schon von der Cinema damals veröffentlicht, ähm, zwei Bücher, die nennen sich Making of, wie ein Film entsteht. Da gibt es Band 1 und Band 2, die, ähm, ich sage jetzt mal schon da zum Labern neigen. Also man muss sich manchmal schon die Informationen rauspicken aus dem, äh, aus diesen ganzen, äh, wie sagt man, aus diesen ganzen Anekdoten aus dem Filmbusiness. Ähm, schmücken das Ganze sehr, sehr aus ist, aber trotzdem eine kurzweilige Lektüre, äh, ist sicherlich irgendwo noch auf dem Gebrauchtmarkt, äh, zu kriegen. Neu, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ich, mein Dank geht an, an der Stelle an meine Freundin, die diese Bücher mit in unsere Beziehung gebracht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Das war mir eine, eine unschätzbare Quelle, ähm, für diese Recherche. Und auch ich, ähm, obwohl ich mich schon sehr, sehr lange in diesem, also ein, 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 wie sagt man, ein Cineast, ein Cinephil bin, äh, hab einiges dazugelernt. Dazugelernt. Ja, cool. Dein nächster Film? Zu gucken? Mein nächster Film natürlich Mission Impossible Fallout. Ja. An der Stelle, ähm, äh, shameless self-plug, ähm, unbedingt auf unseren Schwester-Podcast verwiesen, cut.exklamatio.de, der sich fast ausschließlich mit Filmen beschäftigt. Tja, in aller Tiefe. Puh, Puh, Sauerstoff, äh, bei 10% hier drin. Gefühlt, ja. Gefühlt. Du wartest sicher schon, ja. mit Spannung. Neue Frage, neue Frage. Ja, auf die Frage, die du mir voraussichtlich in vier Wochen beantworten darfst. Und auch diesmal, so wie bei, ähnlich wie bei dir, war, äh, meine Freundin, äh, der Tippgeber. Fui. Ähm, nein, keine Angst, ist halb so wild. Aha. Ähm, die, äh, ja, auch so kurz vorm Bett gehen, beim Zähneputzen, äh, irgendwie so auch der, äh, ja, so ungefähr, ja, Mensch, ich brauche noch ein Thema für einen Bömi. So ein bisschen Revanche für diese stundenlange Recherche. Ich bin schon gekommen. Ne, ne, und sie meinte halt, ja, weil es gerade tatsächlich mal wieder so eine gewisse Medienpräsenz hat oder hatte, sagte sie, frag doch den Bömi mal, wie funktioniert eigentlich Gentechnik? Gentechnik? Ui, das ist schön. Und, äh, ja, sie dachte da so an, naja, wie, wie funktioniert's denn? Also, natürlich der technische Aspekt, aber auch, äh, was spielt's denn für eine Rolle jetzt in unserer Gesellschaft, ne, also, wie funktioniert das? Was hat das für einen Stellenwert? Wo kommt's zum Einsatz? Ja, was gibt's da für ethische, äh, Bedenken und so weiter? Also, ja. Schönes Thema. Ja, fand ich auch. Und sag ich, hey, das nehm ich. Super. Ne, bereit ich vor? Machen wir in vier Wochen. Sehr gut. Ja, dann, äh, würde ich sagen, kommen wir zu einem kurzen, äh, Feedback, Rückmeldungshinweis, äh, Abschnitt. Wir freuen uns natürlich, wie immer, über jede Art von verbaler oder finanzieller Zuwendung, ja, und wer uns unterstützen oder einfach eine Rückmeldung geben möchte, der kann seinen Freunden von uns erzählen, uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen, diese oder jede andere Episode kommentieren, uns eine Nachricht schreiben, uns bei iTunes bewerten, uns bei panoptikum.io empfehlen, über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen oder uns eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und anderer Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exklamatio.de. Okay, in diesem Sinne bedanken wir uns wie immer ganz, ganz herzlich fürs Durchhalten, war, glaube ich, wieder ein Rekord. Ja, heute Rekord wieder 1,50 aktuell fast. Ich reiße alle Rekorde, das liegt aber auch an den Themen, die du mir stellst. Ja, siehste, wir wollen ja was bieten. Genau, und jetzt haben wir, wir knabbern an der Zwei-Stunden-Nage. Nicht schlecht. Methodisch inkorrekt aufgepasst. Genau. Da kommen wir lange nicht ran. Ja, nee. Okay, und dann, ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Musik 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 Musik